Nehemiah Herzlich Willkommen wieder zu unserem Bible Study, der vorletzten Reihe heute mit dem Buch Nehemiah. Es ist ein wirklich ganz großartiges Buch, weil wir wie kaum sonst wo in der Bibel Nehemiah als Leitungspersönlichkeit vor Augen gestellt bekommen, von der wir wahnsinnig viel lernen können, wie wir Leiten und Verantwortung gut tragen können, wahrnehmen können. Es geht im Buch Nehemiah um den Wiederaufbau Jerusalems. Das war die Mission und Aufgabe Nehemiahs. Dazu ist er nach Jerusalem gekommen und wir wollen dieses Buch Nehemiah oder das Studium heute unter vier Gesichtspunkten anschauen. Einmal der Aufbau des Gesamtwerks Esra Nehemiah. Denn in der hebräischen Bibel war Esra Nehemiah immer ein Buch. Erst im Mittelalter, 1888, hat man dann sich der griechischen und der lateischen Überlieferung angeschlossen und aus diesem einen Buch zwei gemacht. Aber ursprünglich ist es als ein Gesamtwerk konzipiert worden. Und deswegen ist es auch sinnvoll zu schauen, wie ist der Aufbau dieses Gesamtwerkes. Dann, Esra hatten wir das letzte Mal gemacht und deswegen ist heute natürlich die Konstellation auf Nehemiah. Und wollen wir anschauen, was ist der Inhalt dieser 13 Kapitel des Nehemiah-Buches. Und das Hauptthema für heute ist aber ein geistliches Thema, dass wir uns dieses Buch mal ganz speziell unter dem Gesichtspunkt anschauen wollen. Was zeigt uns Nehemiah als Führungspersönlichkeit? Also wie können wir von ihm als Führungspersönlichkeit lernen? Und in all diesen Situationen, denen er ist, zeigt er außerordentlich große Qualitäten. Und es ist eigentlich, ich finde persönlich, dass das Nehemiah-Buch eigentlich das Handbuch für Leiter ist, wie es kein anderes gibt in der ganzen Bibel. Dann, Verfassungsabfassungszeit von Esra Nehemiah, noch ganz kurz ein paar Worte dazu am Ende. Also, wir starten mit dem Aufbau des Gesamtwerks Esra Nehemiah. Und zwar ist das Buch im Grunde genommen, das Gesamtwerk, in zwei Hauptperioden unterteilt. Einmal die Periode der Gründergeneration, angeführt von Zerubabel und Jeschua, dem Hohen Priester, und Zerubabel, der Stadthalter. Und dieser Bericht über diese Gründergeneration zerfällt dann in drei Teile. Beginn dieser Epoche, die Mitte dieser Epoche und das Ende dieser Epoche. Der Beginn der Epoche sind die Anfangsjahre vom Choresedikt 538 bis praktisch zur Ankunft und auch den ersten Aktionen im Land Kanan, als sie wieder zurück waren. Und das findet sich in Esra 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 5. Dann der Rest von Kapitel 4 ist zeitlich gesehen, deckt es einen ganz, ganz größeren Teil ab, wo also Anfeindungen und Widerstände aufgelistet werden, die da eingetreten sind. Und das ganze Kapitel 4, der Rest, handelt von diesen verschiedenen Anfeindungen und Widerständen, wie wir das letzte Mal auch gesehen haben. Manche sind auch aus späterer Zeit hinzugefügt, nämlich aus der Zeit des Adaxerxes, in der Mitte des 5. Jahrhunderts, also längst jenseits dieser Gründergeneration. Aber das ist einfach thematisch motiviert, weil einfach das Thema Widerstände und Anfeindungen einfach so aufgelistet wird und den Zwischenteil bildet. Und dann wird das Ende der Epoche beschrieben in Esra 5 und 6, wo es dann um den Aufbau des Tempels geht, Wiederaufnahme des Tempelbaus und Abschluss des Tempelbaus dann bis etwa 515 vor Christus. Das ist so der erste Block mit dieser Dreiteilung, Beginn, Mitte, Ende, der Gründergeneration. Der zweite Block des Esra-Nehemiah-Buches ist dann diese nächste Generation, oder diese zweite Generation unter der Führung von Esra und Nehemiah. So wie Mose und Aaron Israel aus Ägypten herausgeführt haben und Joshua und Eleazar als die Führungspersonen, die dann das Volk in das Land hineingeführt haben, so sind auch hier einfach zwei Generationen am Werk, die Entscheidendes bewirken für das Volk Gottes. Und diese nächste Generation ist eben Esra, der Schriftgelehrte und Priester und Nehemiah, der Stadthalter. Auch hier ist dann dieser Stoff, das Material zu dieser Wirksamkeit in dieser zweiten Generation, teilt sich wieder in Beginn, Mitte und Ende. Der Beginn der Epoche ist die Sendung Esras. Das fängt dann in Esra Kapitel 7 an und bis Kapitel 10, also das Ende des Esra-Buches, wird dieser Beginn dieser Epoche der zweiten Generation behandelt. Dann das Buch Nehemiah ist in weiten Teilen das Mittelstück. Seine Ankunft und seine Wirksamkeit ist ein Zeitfenster von bis zu zwölf Jahren, wobei das meiste, was berichtet wird, dann eher in der Anfangszeit dieser Wirksamkeit Nehemiahs fällt. Und man kann hier grob in vier Teile gliedern, wie wir es nachher noch auch näher sehen werden, dann macht das Sinn, Nehemiah 1 bis 4, 5 bis 7, 8 bis 10 und 11, 1 bis 13, 3. Und dann das Ende der Epoche, das ist dann zeitlich weiter hinten, also gegen Ende der Wirksamkeit Nehemias, denn Nehemiah hat einen zweiten Term oder eine zweite Regierungszeit. Er hat diese zwölf Jahre, dann kehrt er zurück an den Hof nach Persien und kehrt dann noch einmal für eine zweite Amtszeit sozusagen zurück und das wird in Kapitel 13, Abvers 4 bis 31 behandelt. So, also haben wir einen sehr symmetrischen Aufbau in gewisser Weise, einmal über die Gründergeneration und dann über die zweite Generation und das ist eigentlich gut, wenn man das so im Auge hat, wenn man das Buch Esra Nehemiah liest. Jetzt möchte ich kurz den Inhalt des Nehemiah-Buches vorstellen, was uns da alles begegnet und dann werden wir diesen Inhalt nochmal im Genaueren anschauen, in welcher Hinsicht Nehemiah Vorbild ist in seiner Führungspersönlichkeit. Also Inhalt, der erste Block, die ersten vier Kapitel behandeln eigentlich drei große Themen. Es geht um Nehemiahs Ankunft in Jerusalem und auch der Beginn seiner Regierungszeit und das finden wir in den ersten vier Kapiteln. Es startet mit diesem Gebet Nehemiahs, was er erhält am persischen Hof, als er als Mundschenk des Königs an der Xerxes dient. Er bekommt Informationen über den Zustand, den sehr jämmerlichen Zustand Jerusalems und des Volkes nach der Rückkehr und ist sehr erschüttert und das führte ihn ins Gebet. Und es kommt dann durch Gottes Fügung zu seiner Sendung nach Jerusalem, dass er beauftragt wird, die Stadt wirklich wieder zu bauen. Eigentlich genau das, was der König zur Zeit von Esra verboten hatte, dass diese Stadt gebaut wird. Es sei denn, er wird es irgendwann mal erlauben und jetzt ist dann der Zeitpunkt, dass er diesen Befehl gibt und Nehemiahs sendet, Jerusalem wieder zu bauen. Dann Kapitel 2, Vers 11 bis 3, Vers 32 haben wir den Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems, die Vorgeschichte und wie es dann in 52 Tagen zum Wiederaufbau dieser Stadtmauer kommt. Und dann auch das Thema, wie der vielfältige Widerstand der Feinde, die genau das torpedieren möchten, wie der überwunden wird. Also das ist wirklich die ersten Monate von Ankunft bis zur Verendung des Mauerbaus. Ein zweiter Themenblock im Buch Nehemiah ist dann Probleme und Widerstände, aber jetzt nicht von außen in erster Linie, sondern auch im Inneren. Es gibt also eine ganze Reihe von Problemen, eigentlich drei große Probleme und auch drei verschiedene Arten von Widerständen, mit denen Nehemiah konfrontiert ist. Wir werden dann auch sehen, wie er sich da schlägt. Aber es geht um das Thema Verarmung der Landbevölkerung, also ein innenpolitisches Thema. Dann gibt es einen Attentatsversuch auf Nehemiah. Es gibt falsche Propheten, die ihn verführen und schädigen wollen. Es gibt dann Kollaborationen führender Juden, also gerade aus der Oberschicht, die mit dem Feind zusammenarbeiten. Probleme ist auch das, oder man kann nochmal auf Probleme vorbeugen, durch weißes Handeln. Das macht Nehemiah, indem er Stellen besetzt und auch ein Sicherheitskonzept hat für die Stadt. Und ein letztes Problem ist die geringe Einwohnerzahl und fehlender Wohnraum in Jerusalem. Das Problem wird dann später in Kapitel 11 dann auch gelöst, wird dann kurz gezeigt, wie Nehemiah das dann auch löste. Aber das sind so die Themen, Probleme und Widerstände im Inneren. Dann kommt der eigentliche geistliche Höhepunkt des Buches Nehemiah, und zwar die Erweckung, eine Glaubenserweckung, eine Glaubenserweckung, die da geschieht unter dieser Generation, unter der Führung von Esra und Nehemiah. In Zusammenhang mit Festzeiten wird das Neujahrsfest gefeiert, dann das Laubhüttenfest und dann wird das mit einem Fastentag abgeschlossen. Und bei diesem Fastentag kommt es zu einem ausgesprochen hochwertigen Bußgebet des Volkes. Aber das sind dann nicht nur Worte, sonst wird das dann umgesetzt in einer konkreten Bundeserneuerung mit Gott. Das gab es immer wieder mal in der Geschichte Israels, dass das Volk zu Gott umgekehrt ist und mit Gott den Bund, den es hier hat durch Mose, dass dieser Bund bestätigt und erneuert wird. Und wir haben mehrere Erweckungen in der Schrift. Eine ist zum Beispiel unter Hiskia, Erweckungskönig, dann unter Josia gibt es eine. Und auch in dieser Zeit von Esra und Nehemiah gibt es eine wirkliche Glaubenserweckung in Israel. Und das ist so der geistliche Höhepunkt des Buches, diese Erweckung in Zusammenhang mit der Begehung von Festzeiten. Dann der Mittelblock, immer noch in dieser ersten Amtszeit von Nehemiah geht es um Listen, die Einweihungsfeier im Blick auf die Stadtmauer, die wird hier erwähnt, wie diese Feier gehalten wurde und auch verschiedene Ordnungen, die versügt werden. Das ist die Einwohnerliste Jerusalems, findet sich dort, wer da in dieser Stadt wohnt. Die Wohnsitze der Landbewohner, eine Heimkehrerliste der Priester und Leviten der Gründergeneration, die sich auch in Esra 2 findet, also fast doppelt sozusagen hier in diesem Gesamtwerk. Die Einweihung der Stadtmauer wird dann geschildert, wie das Fest begangen wurde, dieses Einweihfest. Und dann gibt es noch die Ordnung der Abgaben, der Tempelabgaben und auch die Trennung von Fremden. Also hier wird Ordnung geschaffen im Volk Gottes, in materieller und auch in personeller Hinsicht. Der Schluss sind dann die Reformen Nehemiahs in seiner zweiten Regierungszeit, die dann nach 430 v. Chr. stattgefunden hat. Wir wissen nicht genau, wie lang sie ging. Und wir haben vier Themen, die da behandelt werden oder vier Reformen, vier Veränderungen, die Nehemiah bewirkt. Und das eine ist, dass ein Lagerraum im Tempel, der missbräuchlich benutzt wird, gereinigt wird. Und das ist schwieriger, als man denkt, weil es einfach da Interessen gibt, die dagegen sprechen. Aber Nehemiah setzt sich durch und sorgt dafür, dass dieser Lagerraum seiner ursprünglichen Bestimmung wieder zugeführt wird. Dann die Wiedereinführung der Abgaben, Wiedereinführung der Abgaben für die Leviten. Das, was eigentlich bei der Erweckung versprochen wurde, dass das Volk Israel machen wollte, hat es wohl nach einer gewissen Zeit wieder nicht gemacht und es ist wieder eingeschlafen. Und Nehemiah muss sich dahinter klemmen, dass das wieder in Ordnung gebracht wird und wieder ordnungsgemäß, wie auch vereinbart und dem Herrn geschworen, dann durchgeführt wird. Auch die Sabbatheiligung war so ein Thema, was bei der Erweckung eine Rolle spielt, dass man versprochen hat, Gott, ja, man will den Sabbat wieder wirklich heiligen und nicht arbeiten und keine Handel treiben am Sabbat. Das ist auch in der Abwesenheitszeit von Nehemiah wohl wieder verloren gegangen und Nehemiah muss erneut dieses Thema auf die Tagesordnung setzen und durchführen. Und dann die Auflösung der Mischehen, das war auch ein großes Thema zur Zeit von Ezra schon, auch bei der Erweckung, dass man das eben gemäß dem Gesetz nicht machen wollte und hat sich wieder eingebürgert und es ist wieder passiert und Nehemiah muss nochmal praktisch dafür sorgen, dass dieses praktische Thema behandelt wird und gelöst wird. Also das ist eigentlich ein bisschen ernüchternd, dass Nehemiah nach seiner Rückseite zweiten Rückkehr, wo er diesen Urlaub macht von seiner ersten Regierungszeit und eine gewisse Zeit, wissentlich ein, zwei Jahre vielleicht, abwesend war, da sind einfach wieder Missstände eingetreten, die er dann wieder neu auf die Tagesordnung setzen muss und behandeln muss. Das ist eigentlich sehr erschütternd, dass das Volk Gottes so lernresistent ist an manchen Stellen. Jetzt kommen wir zum Hauptthema des heutigen Abends, dass wir Nehemiah als große Führungspersönlichkeit anschauen und jetzt diesen Inhalt des Buches Nehemiah nochmal so Stück für Stück durchgehen und dann auch manche Bibelstellen lesen und sehen, in welcher Hinsicht Nehemiah da wirklich vorbildlich handelt, ein großes Vorbild ist als Führungsperson und auch als geistliche Person, die eng mit Gott lebt. Nach der Ankunft seines Bruders im 20. Regierungsjahr als Adaxerxes war Nehemiah eben in der Oberstadt von Susa und da kam sein Bruder Hanani mit einigen Männern und er hat sie natürlich sofort gelöchert und gesagt, na, wie sieht es aus in Jerusalem, wie steht es. Und da haben die Bericht erstattet, dass es dort sehr elendig ist. Die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauern Jerusalems liegt immer noch in Trümmern. Das muss ich mir mal vorstellen. Also nach über 80 Jahren der Rückkehr, also sind 536 vor Christus zurückgekehrt aus dem Exil. Die Mauern waren ja zerstört worden von Nebukadnezzar und die Mauern und jetzt befinden wir uns im Jahr 445, 44 vor Christus. Also das ist wirklich über 80 Jahre später und immer noch sind die Mauern in Trümmern. Das ist und die Tore verbrannt. Also da hat es kein Fortschritt gegeben über fast ein Jahrhundert hinweg und das ist sehr ernüchtert. Und dann lesen wir, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte, ich trauere tagelang, fastete und bete zu Gott im Himmel. Also er leidet mit Jerusalem und dem Volk Gottes. Es ist ihm nicht egal, wie der Zustand des Volkes Gottes ist, sondern es geht ihm wirklich tief unter die Haut und er ist total betroffen und setzt sich hin und weint und hat es dann nicht wieder abgehakt und mir geht es sehr gut, sondern tagelang trauerte er und er fastet aufgrund dieser neuen Informationen und ist einfach tief betrübt. Und das zeigt einen geistlichen Menschen. Ein Mensch mit einer geistlichen Gesinnung ist jemand, der darüber leidet, woran Gott auch leidet und sich darüber freut, worüber Gott sich freut. Und wenn das Volk Gottes und auch die äußeren Gegebenheiten so im Argen liegen, dann kann man nur trauern und leiden und Nehemiah leidet hier mit, weil er einfach geistlich orientiert ist. Dann sucht er mit Ausdauer Hilfe bei Gott. Ich traue tagelang fastet und bete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels. Ich schaue jetzt mal sein Gebet an, weil das auch viel über ihn selbst aussagt, wie in welcher Stellung Nehemiah eigentlich zu Gott steht. Also, sag mir, wie du betest, dann weiß ich ein bisschen, wie du bist. So ungefähr. Das sagt viel über einen Menschen aus, wenn man hört, wie er wirklich betet. Und deswegen können wir Nehemiah kennenlernen, wenn wir sein Gebet anschauen. Das sagt viel über seine Persönlichkeit aus, wie er, welcher Beziehung er zu Gott steht. Ach Jahwe, du Gottes Himmels, du großer und furchterregender Gott. Das sagt uns, dass Nehemiah ein Mann der Gottesfurcht ist. Du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für mein Gebet und sieh deinen Diener freundlich an. Tag und Nacht fliehe ich zu dir für deine Sklaven, die Israeliten. Und ich bekenne die Sünden, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meine Familie. Also er ist auch demütig, er stellt sich drunter und weiß, dass auch er ein Sünder ist. Wir haben uns schwer an dir vergangen, wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie zurückbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Also nach Jerusalem. Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Ach Jahwe, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Und dieses Gebet war sicherlich nicht nur einmal gesprochen, sondern es war etwas, was ihn über Monate begleitet hat und auf dem Herzen lag. Denn der Besuch des Bruders war im Dezember und die Situation, wo er dann die Auftragung vom König bekam, war dann im April. Und es ging über mehrere Monate, dass ihn das beschäftigt hat. Er sucht mit Ausdauer Hilfe bei Gott im Gebet und wir sehen auch, dass ein Gebet im Wort Gottes wurzelt und dass er eine exzellente Gotteserkenntnis hat und Gotteskenntnis hat. Also das ist alles sehr biblisch durchdrungen und ein klares, biblisch gesundes Gottesbild, was wir hier haben. Er kennt die Verheißung, er kennt die Mechanismen des Gesetzes und des Bundes. Ja, das wird alles deutlich. Er ist, er lebt da drin, er ist verwurzelt im Wort Gottes und er kennt Gott. Er weiß, wie groß, mächtig auch zu fürchten Gott ist, aber auch wie gütig und barmherzig er ist. Deswegen wendet er sich an ihn. Er hat auch die Erwartungshaltung, dass Gott ihn gebraucht. Nicht nur, dass er betet und dass Gott irgendwas macht und sich irgendjemanden holt, sondern er rechnet auch damit, dass er ein Teil der Lösung ist. Er sagt, lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Denn natürlich weiß ja Nehemiah, dass sein König das verboten hat, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Das war ja ein Edikt des Königs. Das war allgemein bekannt, das war viele Jahre her, dass er es verboten hat, bis er den Befehl gibt, dass die Stadt wieder gebaut wird. Und deswegen erwartet er von Gott und lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Dass er irgendwie einen Fuß reinkriegt und mit dem König sprechen kann, dass der König doch vielleicht erlaubt, Jerusalem wieder aufzubauen. Und er ist hier eine gewisse Schlüsselperson, weil er am Ohr des Königs ist, als Mundschenk. Also aufgrund seiner Position beim König hat er auch die Erwartung, dass Gott ihn doch gebrauchen möge, damit eine Wende geschieht. Und dann kommt dieser Tag, nicht im Dezember, auch nicht im Januar und Februar, sondern im April, kommt dann plötzlich dieser Tag. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Ataxasers im April, Kapitel 2, Vers 1, als er am Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihn dem König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen, wird hier vermerkt. Diese unscheinbare Notiz hat sehr großes Gewicht, denn Traurigkeit, ein trauriges Gesicht zu machen in der Gegenwart des Königs, konnte als Majestätsbeleidigung ausgelegt werden und im schlimmsten Fall einem sogar den Kopf kosten. Alles war einfach überhaupt nicht gestattet, Traurigkeit oder Frustration in der Gegenwart des Königs zu zeigen. Man muss immer ein freundliches, lächelndes Gesicht machen, immer relaxed und gut ausschauen, aber für Traurigkeit ist da kein Platz. Und deswegen sagt er, der König hat mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Er war also praktisch immer konform, wie es so erwartet wird, aber heute war es anders. Er war traurig. Und deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Also Krankheit würde das vielleicht entschuldigen, dass er so ein bisschen ein mieses Gesicht macht. Aber ansonsten gibt es keine Entschuldigung dafür. In der Gegenwart des Königs ein trauriges Gesicht aufzulegen. Wie gesagt, das gilt als Majestätsbeleidigung. Und Nehemiah ist praktisch jetzt plötzlich ertappt. Er wollte sicherlich das traurige Gesicht nicht zeigen. Er war halt tief traurig und konnte es halt nicht komplett verbergen. Und dem König ist aufgefallen. Und er spricht ihn an. Und der König sagt, nein, dich belastet etwas anderes. Und da erschrak Nehemiah. Ich erschrak heftig und antwortete. Er war gesprüssig erwischt. Oh, ich mache ein trauriges Gesicht. Der König hat es gesehen. Ah, das ist gefährlich. Und ich erschrak heftig und antwortete, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind. Also Nehemiah wird hier ehrlich und transparent und ganz offen und sagt, wie es in seinem Herzen ausschaut. Und diese Offenheit vor dem König, mit dieser Offenheit, dass er zugibt, ja, ich bin traurig, ich mache ein trauriges Gesicht in der Gegenwart des Königs. Mit dieser Offenheit vor dem König geht er eigentlich persönlich ein sehr hohes Risiko ein. Aber das ist ihm jetzt egal. Es kann eben so sein, dass der König sagt, weg mit dem, Majestätsbeleidigung, was will ich mit einem, der hier in meiner Gegenwart ein trauriges Gesicht macht, ab ins Gefängnis oder Schlimmeres. Oder, dass der König Empathie zeigt und in dieser ganz unüblichen Situation, dass ein Untergebener von ihm traurig ist, auf sein Bedürfnis wirklich eingeht. Und genau das geschieht hier. Das ist echt wie ein Wunder. Also es war ein großes Risiko, es war auch nicht geplant von Nehemiah, es hat sich einfach so ergeben. Und dann kommt es zu diesem Dialog zwischen dem König und Nehemiah, auch die Königin ist anwesend, sodass praktisch eine Zeugin auch da ist. Und der König sagt ihm, und was ist deine Bitte? Also nicht, wache, hol den weg da hier, sondern, was ist deine Bitte? Was willst du? Okay, du bist traurig, dass die Begräbische deiner Väter wüstlich oder verbrannt sind, aber was willst du? Und da sehen wir, dass Nehemiah auch wirklich vorausschauend ist, planvoll ist und zielorientiert. Er hat sich über Wochen und Monate Gedanken gemacht, wenn er diese Gelegenheit hätte, vor dem König zu sprechen und einen Wunsch zu äußern, was würde ich das sagen? Er war quasi vorbereitet, hat er sich das sicherlich lange im Kopf zurechtgelegt. Aber bevor er loslegt und seine Bitte äußert, heißt es, da betete ich zu Gott im Himmel und er wieder dem König. So ein Stoßgebet, so ein Seufzer. Oh Herr, gib jetzt die richtigen Worte. Und dann legt er los. Oder irgendwas, was er gesagt hat. Herr, hilf jetzt. Also da bete ich zu Gott im Himmel und er wieder dem König. Und jetzt äußert er seine Bitte. Und da sehen wir, wie vorausschauend, wie planvoll und zielorientiert er hier herangeht. Wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Verstaunlich, dass er hier den Namen Jerusalem gar nicht nennt. Vielleicht auch absichtlich zunächst. Weil Jerusalem hat ja diesen Nachklang, das ist eine rebellische Stadt und so. Und deswegen hat er auch der König verfügt, dass vorerst mal nicht wieder aufgebaut werden soll. Aber er spricht einfach nur von der Stadt seiner Vorfahren. Und aus Sympathie zu Nehemiah ist der König da sehr geneigt, ihn da zu unterstützen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Königin saß übrigens neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Okay, wie viel Zeit brauchst du? Und ich nannte ihm eine Zeit. Als er sich auch schon überlegt, wie lange er da brauchen würde. Wir alle wissen, oder viele, es ist bekannt, dass der Aufbau der Stadtmauer in 52 Tagen eine Rekordzeit war. Es war unglaublich schnell. Innerhalb von nur weniger als zwei Monaten war die Stadtmauer aufgebaut. Aber er hat nicht darum gebeten, die Stadtmauer wieder aufzubauen, sondern er hat darum gebeten, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Die ganze Stadt, die in Trümmern lag. Und das kann man nicht in drei Monaten machen. Und wir wissen, dass er nach zwölf Jahren zurückkehrte. Das steht in Kapitel 13, finden wir das, dass er das mit dem König ausgehandelt hat, für zwölf Jahre freigestellt zu werden, von seinem Dienst als Mundschenk freigestellt zu werden, für den Dienst Jerusalem wieder aufzubauen, um dort als Stadthalter zu dienen. Und das muss er ihm hier wohl genannt haben, diese zwölf Jahre. Das wird uns nicht hier erzählt, aber das können wir schließen aus Kapitel 13, wo es ganz klar heißt, ich lese mal die Stelle, wie ich sie gleich finde. Bei alledem war ich nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Regierungsjahr des Königs Adaxerxes von Babeln war ich an den Hof zurückgekehrt. Aber im 20. Regierungsjahr war er losgezogen, also er war zwölf Jahre weg. Das war die Zeit, die zwölf Jahre, die er meinte zu brauchen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Stadthalter der Westeuphrat-Provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Und ein Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, hat sich da auch informiert, hat recherchiert, wer ist da verantwortlich, wen muss ich anhauen, um Baumaterial zu besorgen. Dann hat er eine Erfahrung gemacht, dass es Asaf ist. Konnte er damals nicht so schnell googeln, musste er andersweitig in Erfahrung bringen, wie der Mann heißt. Aber er weiß, wie der Mann heißt, der die Verantwortung hat für die königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Also man merkt, das ist keine völlig spontane Rede hier von Nehemiah, sondern er hat lange darüber gebrütet, was brauche ich alles, wenn Gott mir die Gelegenheit und Chance gibt, dass ich vielleicht derjenige bin, der nach Jerusalem geht, um die Stadt aufzubauen. Ich brauche Zeit, ich brauche Legitimation, ich brauche Autorität, ich brauche Briefe, dass ich durchkomme, ich brauche Material und so weiter. Das hat alles vorher sich überlegt und das hat er jetzt parat gehabt und hat das vor dem König vorgetragen. Und der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Das hatte ich auch mal ihm klar, dass er das nicht machen konnte. Das ging nur, weil Gott einfach ihm Gnade gibt vor dem König. Aber was er tun konnte, hat er getan. Er war vorausschauend, hat sich das alles gut überlegt. Er hat Pläne gehabt, genaue Schritte, die nötig sind. Und er war zielorientiert. Es ging darum, wirklich die Stadt wieder aufzubauen. Also das sehen wir in diesen ersten anderthalb Kapiteln einige Qualitäten Nehemiahs, die vielversprechend sind. Dann im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Stadtmauer sehen wir auch sehr viele Qualitäten Nehemiahs als Führungsperson. Er startet mit genauer Bestandsaufnahme. Da lesen wir in Kapitel 2, wie er da eine Ortsbesichtigung macht und wie er das nachts macht, also vom Timing her, nachts, also im Verborgenen erst mal und wie er dann einfach sich ein Bild macht vor Ort durch die Ortsbegehung der Stadtmauer, um zu sehen, was ist da alles nötig und wie stark ist sie wirklich kaputt und so weiter. Also das ist einfach wichtig, wenn man was bauen will oder was hochziehen will, man muss erst mal Bestandsaufnahme machen und das macht Nehemiah auch sehr detailliert und schreibt das dann sehr genau auf, sehr akribisch, wenn es dann dokumentiert, diese Bestandsaufnahme, die er da macht. Dann ist er ein Meister in der Motivation. Es ist ja klar, dass er nicht alleine die Mauer aufbauen kann, sondern er braucht unbedingt die Mithilfe aller Leute, die er nur kriegen kann, der ganzen Einwohnerschaft Jerusalems und darüber hinaus, ist nötig, um dieses riesige Werk voranzutreiben. Und deswegen muss er seine Mitarbeiter auch motivieren. Und er weiß schon, wen er alles motivieren will, da wissen die noch gar nichts von. Und Nehemiah ist wirklich ein Meister auch der Mitarbeiter-Motivation und wir erkennen und wir erkennen in Kapitel 2, Vers 17 folgende, können wir sehr deutlich sehen, wie es ihm gelingt, wirklich die Bevölkerung und auch die Oberen und die Leiter, die Priester und die Vornehmen, die Ratsherren und aber auch das Gemeindevolk wirklich auf seine Seite zu bringen, dass sie wirklich mit ihm Mut fassen, das zu bauen, das Werk zu machen. Und wie schafft er das, diese Mitarbeiter-Motivation? Ich habe hier fünf Punkte, die ich hier sehe, wie er die Leute motiviert. Ich lese den Text, das ist Vers 17 bis Vers 18 hauptsächlich. Jetzt aber sage ich, sagte ich zu Ihnen, also vorher da alles nur sich selber überlegt und Bestandsaufnahmen gemacht und sich das im Kopf zurechtgelegt, aber jetzt spricht das aus. Jetzt aber sagte ich zu Ihnen, Vers 17, Kapitel 2, Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Spott der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte Ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Da sagten Sie, gut, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. In diesen kurzen Sätzen, die Nehmi ja sagt, ist aber sehr viel Denkarbeit dahinter oder Motivationskunst dahinter. Ich sehe fünf Bestandteile dieser Motivationskunst hier. Zunächst gibt es eine klare Analyse und Situationsbeschreibung. Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden, Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Klare Analyse und Beschreibung der Situation. Das ist wichtig. Dann, er motiviert dann durch Zusammenarbeit. Er sagt nicht, dann baut ihr mal. Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an. Nee, nee. Er sagt, lasst uns, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Und er ist ja nicht irgendjemand, er ist ein sehr wohlhabender Mann, der auch mit vielen Leuten gekommen ist. Also es ist eine riesige Unterstützung, aber natürlich braucht er die Masse der anderen. Aber es ist ein Mauer, Wachsames. Lasst uns. Dann ist diese Motivation durch Zusammenarbeit, lasst uns, dann hat er eine klare Zielvorgabe und dabei packt er die Leute bei der Ehre. Dass wir nicht weiter ein Gespött sind von den Leuten. Dass wir nicht weiter so gedemütigt werden, verspottet werden. Also er packt sie bei der Ehre. Diese materiellen Ziele, dass man dann sicheren Handel führen kann und dass der Wohlstand wächst, wenn wir da in Sicherheit bringen, das macht auch etwas. Aber er geht mehr über die Emotion, als er packt es bei der Ehre, dass wir nicht mehr zum Gespött sind. Es braucht immer auch ideelle Ziele, nicht nur materielle Ziele. Ideelle Ziele, wo man ist für die Motivation viel, viel wichtiger, wo es um Ehre geht und um eben nicht mehr ein Gespött zu sein. Also er benutzt das auch. Ein weiterer Punkt ist, dass er ein persönliches Zeugnis gibt, dass er aus seinem eigenen persönlichen Leben aufzeigen kann, dass Gott mit ihm und mit ihnen ist in dieser Sache. Er spricht nämlich, erzählt ihnen, sagt er, ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war. Da wird er ihnen sicher erzählt haben, wie es dazu kam, dass der König ihn beauftragt hat. Was wir in Kapitel 1 gerade ein bisschen gelesen haben. Also es ist auch wichtig, man motiviert, indem man zeigt, dass Gott mit drin ist in der Geschichte. Dass Gott gütig und gnädig hier wirkt und am Werk ist. Das ist auch in der Gemeinde total wichtig, wenn wir sehen, dass Gott am Werk ist. Das motiviert ungemein. Wenn man merkt, hier in unserer Gemeinde ist Gott am Werk. Und das Letzte, was er hat, sagt dann auch einfach die objektive Grundlage. es gibt eine objektive Grundlage dafür, dass wir wirklich bauen können. Er sagt nicht hier als Letztes, erzähle ihn nicht nur, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war, aber er erzählt ihn auch und was der König mir gewährt hatte. Dass es praktisch Befehl von ganz oben ist. Legitimation und Autorität von ganz oben, vom König, vom persischen König. Und das motiviert natürlich auch. Also alles zusammen ist eine hervorragende Motivationsspritze, klare Analyse, Situationsbeschreibung, dieses Lasst uns, dieses Gemeinsame. Dann packt sie bei der Ehre, dass wir nicht mehr gespött sind. Er bezeugt, wie Gott dabei ist und am Wirken ist in dieser ganzen Geschichte und wie es auch objektiv Autorisierung gibt durch den König. Und das führt dazu, dass die Leute wirklich begeistert sind und sagen, ja, wir wollen uns aufmachen und bauen. Aber ohne Nehemiah hätte es ja nicht so funktioniert. Also es braucht auch jemanden, der wirklich dann motivieren kann. Und Nehemiah hat das hervorragend gemacht. Mit wenigen Sätzen hat er hier die Leute wirklich motiviert. Er zeigt auch Entschlossenheit gegenüber den Feinden. In Vers 19 und 20 sehen wir, als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, und der Araber Geshem, also ein Dreierbündnis sozusagen, drei Leute, davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Ja, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Also wird bewusst falsch interpretiert. Ich ließ ihnen antworten, und das ist eben die Entschlossenheit von Nehemiah. Er lässt ihnen einfach nur antworten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Also Zuversicht ausstrahlen und bring Gott ins Spiel. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Also einfach, wir machen das jetzt. Egal, was ihr spottet, was ihr sagt, wir machen das. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an der Stadt. So ist es. Ja, das hatten diese Horoniter Sanballat, der Ammoniter Dubia und der Araber Geshem. Wir haben kein Anrecht, auch historisch nicht. Und er begegnet ihnen einfach mit fester Entschlossenheit. Und das ist gut. Feinden muss man gegenüber, muss man mit fester Entschlossenheit begegnen. Und dann zeigt sich, dass Nehemiah ein Organisationstalent ist. Er tut die Arbeit, die er genau untersucht hat, was alles zu machen ist. In Kapitel 3, wenn man dann lesen, wie der Wiederaufbau der Stadtmauer geschieht, sehen wir, dass er die Arbeit in 41 Teilabschnitte unterteilt. Das ist schon mal sehr geschickt. 41 Abschnitte, praktisch 41 Teams auch, jedes Team dann für einen Abschnitt. Er schnürt auch unterschiedlich große Leistungspakete. Also es sind nicht alle gleich, diese 41 Abschnitte. Manche sind wirklich groß, andere sind etwas kleiner. Manche werden ja auch motiviert durch eine große Herausforderung. Andere werden überfordert durch etwas Großes, die kriegen eine kleine Aufgabe. Also das Leistungsprinzip ist auch nicht so ganz schlecht. Also Aufteilung der Arbeit in kleine Abschnitte, unterschiedlich große Pakete. Er stellt auch persönliche Bezüge zur Aufgabe her. So durften manche genau den Abschnitt der Mauer ausbessern, der ihrem Wohnhaus gegenüber liegt. Dadurch hast du persönlichen Bezug. Du bist selbst daran interessiert, dass du nicht mehr auf die kaputte Mauer schaust, auf eine restaurierte und die ganze Mauer schaust und hast auch selber den Nutzen davon, weil dann Sicherheit besteht, wenn die Mauer hochgezogen ist. Aber eben dieser persönliche Bezug zu deinem Haus, da baust du, wo du auch wohnst, das stellt er her. Er gewinnt auch alle Schichten und Berufsgruppen. Wenn wir lesen, wer da alles mitbaut, dann sind alle dabei, egal welche Berufe die haben, manche Berufe passen zu dieser Bauarbeit, aber andere sind auch eher ein bisschen fremd dieser Tätigkeit. Also wenn er von Goldschmieden und Silberschmieden die Rede ist, die haben bestimmt sonst nicht so mit Steinen schleppen und Mörteln und Zimmern und Bauen. Also das ist, es gelingt ihm aber alle Schichten, hohe und niedrige Schichten und alle Berufsgruppen auch zu vereinen in diesem Werk. Er nutzt interne und externe Ressourcen, indem er auch Gruppen von außerhalb einlädt und dazu bringt, motiviert, dass sie auch mithelfen. Das ist eine enorme Ermutigung für die wenigen Einwohner, die es zu der Zeit hat, dass eben ganze Gruppen von außen kommen und verstärken und mithelfen, mitbauen, obwohl es ja gar nicht ihre Stadt ist, in der sie wohnen. Also das gelingt ihm auch. Er bildet auch natürliche Arbeitsgruppen, natürliche Arbeitsgruppen, indem er, wo habe ich das? Natürliche Bauteams, zum Beispiel Männer aus einer Stadt bilden dann eine Arbeitsgruppe oder bestimmte Berufsgruppen wird er zu einer Arbeitsgruppe zusammenstellen. Das ist auch klug, dass da die etwas Gemeinsames haben, die dann im Team arbeiten oder Nachbarn werden zusammengefasst zu einer Baugruppe. Also das sind ganz verschiedene Aspekte, wie er Gruppen bildet. Aber die haben immer irgendwie ein bisschen was Gemeinsames, sehr klug, sowas zu machen, natürliche Arbeitsgruppen zu bilden. Er tut auch die Einsatzkräfte außerhalb ihres Gabenprofils einsetzen. Es ist immer so, dass man unbedingt die Gabe dafür haben muss. Manchmal müssen einfach Dinge auch getan werden, egal welche Gaben man hat. Ich weiß ja, ob jemand die Gabe des Klo-Putzens hat in der Gemeinde, aber es muss einfach gemacht werden. Und die Goldschwede waren eben nicht unbedingt, die sich das besonders gesehen haben, als diejenigen, die eine Mauer aufbauen. Aber nein, sie waren aufgebraucht. Jeder musste mit anpacken, auch wenn er vielleicht jetzt nicht in dem Bereich so begabt ist. Aber das ist wichtig. Auch Umgang mit Enttäuschungen und Ermutigungen. Es gibt da Ermutigungen, aber auch Enttäuschungen. Wenn man irgendein Werk macht, gibt es immer beides. Und da ist die Gefahr, dass wir uns von den Enttäuschungen entmutigen lassen. Andererseits müssen wir auch realistisch sein und dürfen nicht nur die Ermutigungen sehen, sondern es gibt beides. Und es wird hier von beiden gesprochen in Kapitel 3 im Zusammenhang mit dem Mauerbau. Es gibt Dinge, die ermutigend waren. Zum Beispiel Mitarbeit der Töchter des Vorstehers Schallum. Also haben sie sogar auch Frauen da mitgewirkt, mitzubauen bei diesem Mauerbau. Und zwar Frauen von Vorstehern. Das ist ein großes Vorbild, wenn die da vorangehen. Das ist eine große Ermutigung. Dass sie nicht zu fein waren für diese Drecksarbeit. Also das ist eine Ermutigung gewesen. Oder Mitarbeit von Juden, die gar nicht unter der Stadthalterschaft von Nehemiah standen, die aus anderen Gebieten kamen. Das sind große Ermutigungen. Aber es gab auch Enttäuschungen. Zum Beispiel, dass Leute von Dekoa nicht gesagt haben, wir helfen nicht. Nee. Heißt es bei Leuten von Dekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Ja. Also, es ist beides. Man darf sich freuen über Ermutigungen, die es gibt, die muss man auch sehen und wertschätzen und benennen. Und es wird auch immer eine Enttäuschung geben, wo man von Leuten enttäuscht wird, dass sie eben nicht helfen, wo man gedacht hat, die helfen auch. Der Segen der Zusammenarbeit wird erlebt und man merkt sehr deutlich, dass diese gute Organisation und diese gute Leiderschaft von Nehemiah, dass die sich sehr, sehr, sehr gut auswirkt. Also, es ist ganz erstaunlich, wenn man diese Liste anschaut, wie der Aufbau der Stadtmauer, wie da diese verschiedenen Arbeitsabschnitte besetzt wurden und wie das dann gehandhabt wurde, wer da mitwirkt und all das, das liest sich auf den ersten Blick als eher langweilige Liste. Aber, wenn man eben genauer hinschaut und zwischen den Zeilen ist oder auch die kleinen Bemerkungen hier und da genau anschaut, dann merkt man, dass diese Liste einen enormen praktischen Nutzen haben und sehr viel erkennen lassen. Zum Beispiel hier, wenn ich nochmal zurückgehe, über Nehemiahs Organisationstalent. Also, da kann man wirklich verschiedene Punkte herausarbeiten, die zeigen, anhand dieses Mauerbaus, welches super Organisationstalent Nehemiah hat und wir ganz wichtige Prinzipien sehr gut nutzt, um die Motivation und Effizienz der Arbeit zu steigern. In dem Zusammenhang mit der Überwindung des Widerstands der Feinde gibt es auch ganz deutlich gute Beispiele, wie Nehemiah hier vorbildhaft handelt. Wir sehen, er kennt seine Feinde und betet gegen ihre Pläne. Also, es ist schon auch wichtig, dass man weiß, wer die Gegner sind. Da kann man sich ein bisschen drauf einstellen und kann auch im Gebet sehr konkret um die Vereidlung von diesen Plänen beten. Er organisiert den Schutz der Mauer. er weiß, was die Feinde auch in der Lage sind und deswegen stellt er sich darauf ein und er weiß, die planen, uns zu überfallen. Also können wir nicht nur bauen und hoffen, dass sie es nicht tun, sondern wir müssen bauen und uns auch wehren, wir müssen auch bereit sein, wenn der Angriff kommt. Und so organisiert er den Schutz der Mauer. und das zeigt, dass eben Beten und Handeln sich nicht ausschließen. Manche Christen denken nur beten. Sicher ist Gebet wichtig, aber unsere Einsatzbereitschaft, das, was wir dazu tun können, unser Handeln, ist auch wichtig. Luther hat da einen sehr guten Satz zu diesem Thema gesagt, der genau diese Spannung auf den Punkt bringt, auch für unser eigenes geistiges Leben. Er sagt, Luther hat mal gesagt, bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Und das finde ich sehr treffend. Also es gehört einfach zusammen, beten und arbeiten. Und hier, man betet für den Schutz der Mauer, dass Gott diese Mauer schützt, aber man muss auch was dafür tun, dass er sie, dass sie geschützt ist, und das seinige dazutun und von daher auch für Bewaffnung sorgen, für Widerstandsmöglichkeit sorgen, für genug Leute sorgen und das auch aufteilen und organisieren, wie ein Angriff auch abgewehrt werden könnte, wenn er denn kommt. Es war sehr ernst, war damit zu rechnen, dass wirklich ein größerer Angriff gegen die Stadt geführt wird und solange die Mauer nicht hochgezogen ist, ist das eben sehr gefährlich. Also er organisiert den Schutz der Mauer und dieses Zusammenspiel von Ora et Labora, das versteht Nehemiah meisterhaft, dass das beides zusammengehört. Wir sehen auch eine gute Aufklärung und Kommunikation, also er weiß immer sehr gut Bescheid, was die Feinde vorhaben, weil da ein gutes Kommunikationsnetz und gute Aufklärung praktisch im Hintergrund ist und ihm einfach vieles zugetragen wird durch Juden, die befreudet sind und die helfen und die da gut kommunizieren. Das wird also hier an verschiedenen Versen deutlich, dass eine gute Aufklärungsarbeit da ist, gutes Wissen um die Bewegungen und Pläne der Feinde, was sie vorhaben, was sie absprechen und auch die Kommunikation untereinander ist sehr gut. Dann haben wir eine hohe Arbeitseffizienz. also in 52 Tagen diese Mauer hochziehen, das ist eine großartige Leistung und es hat auch seine Gründe, seine Hintergründe, warum hier so effizient gearbeitet wird und wir sehen Arbeitsteilung, Synergieeffekte, die hier erfolgen, Ressourcenoptimierung, Einigkeit der Leute und ein Letztes ist auch, dass er das Volk immer wieder zwischendurch auch motiviert, trotz Schwarzmalerei und Furcht. Es gibt im Volk immer Einzelne, die so Schwarzseher sind, es geht auf jeden Fall schief oder es klappt nicht oder wir können das nicht machen, es wird nicht funktionieren und ihr kennt das, es gibt so Leute, es ist nicht gerade so angenehm, solche Leute im Team zu haben, aber es gibt sie, man muss damit umgehen und wie reagiert Nehemiah auf diese Schwarzmalerei von Einzelnen oder die Furcht von Einzelnen oder vielleicht mal von mehreren, dass die Furcht dann größer wird, wenn sie all diese Aktivitäten der Feinde hören und er mahnt zur Tapferkeit in Kapitel 4 sehen wir das dann, wie er zur Tapferkeit mahnt und er sagt, nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk, hab keine Angst vor ihnen, hab keine Angst vor ihnen, aber nicht nur Appell, hab keine Angst, sondern auch eine Begründung, warum sie keine Angst brauchen, nämlich indem er sie auf Gott ausrichtet, auch in Vers 8, hab keine Angst vor ihnen, denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist, also die Angst wird überwunden, indem ich mich auf den Herrn fokussiere und ausrichte und auf seine Größe und seine Macht und dann appelliert er auch an ihre Verantwortung, er sagt und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz, ihr habt Verantwortung, ihr Männer, ihr müsst für eure Brüder kämpfen, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen, es ist euer Job, die zu verteidigen, also dieser Mix auf Mahnung zur Tapferkeit, Ausrichtung auf Gott und Appell an ihre Verantwortung und dann auch eine Verheißungsorientierung, das ist auch wichtig. Vers 14 sagt er, unser Gott wird für uns kämpfen, das ist ein Zusagen Gottes, wenn das Volk Gottes bedrängt ist, dann hat Gott versprochen, seinem Volk beizustehen, er wird für sie kämpfen, das heißt nicht, dass sie die Hände in den Schoß legen und nichts tun, aber in dem sie sich wehren und in dem sie kämpfen, steht ihnen Gott bei und er kämpft auch für sie. Verheißungsorientierung für das 14 und dann das persönliche Vorbild, es ist natürlich auch wichtig, weder ich noch einer von meinen Brüdern, weder meine Diener noch die Männer meiner Leibwache kamen in dieser Zeit aus den Kleidern, das heißt die waren immer einsatzbereit, haben nie Schlafanzug angehabt, die waren immer voll in Montur und auch mit Waffe in der Hand bereit, falls ein Angriff kommt, Tag und Nacht, über wochenlangen Zeitraum, bis dann die Mauer wirklich auch fertig war. Also ab bestimmten Zeitpunkt war der Widerstand der Feinde zu erwarten, dass sie einen Überfall machen und ab da mussten sie wach sein und gerüstet sein und da kamen sie praktisch nicht mehr aus den Kleidern. Selbst beim Waschen hatte jeder seine Waffe bei sich und Nehmeer geht mit eigenem Vorbild voran und sagt, schau, ich gönne mir jetzt auch keine Pause, kann jetzt auch kein Wochenende machen, geht einfach jetzt im Moment nicht, ich komme nicht mal aus meinen Kleidern raus, Tag und Nacht, das Werk muss jetzt durchgezogen werden und dann haben wir auch mal mehr Sicherheit und mehr Ruhe, also es ist ein überschaubarer Zeitraum und deswegen, also Nehmeer motiviert, ein fantastischer Motivator auch, können wir unheimlich viel lernen, also managementmäßig auch, wie wir Dinge im operativen Geschäft, in der Firma, auch in der Familie, in der Gemeinde, in Gruppen, wo wir sind, kann man so viel lernen und das anwenden, wie Nehmeer das macht, wie er zum Beispiel Schwarzmalerei und Furcht begegnet, durch diese Art von mehrfacher Motivation, das gehört alles zusammen, als ein Mix. In dem Abschnitt, wo es um die Probleme und Widerstände von innen geht, haben wir ein großes Problem, die Verarmung der Landbevölkerung und Nehmeer macht da den Aufschrei der Armen zur Chefsache. Wir lesen in Kapitel 5, auf einmal bereitet sich eine große Unzufriedenheit bei den Männern des einfachen Volkes aus. Sie beschwerten sich mit ihren Frauen über ihre jüdischen Stammesbrüder, also die Unterschicht begehrt auf, weil die Zustände unerträglich sind für sie. Die Einglagerten, wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir satt werden sollen. Also ein Ernährungsproblem, es herrscht Hunger und Armut, diese Unterschicht hat nichts zu beißen. Wir wissen nicht, wie wir satt werden sollen. Wir brauchen Getreide zum Überleben, also wir brauchen Notfallversorgung. Es war eine Problematik, Mangel an materieller Grundversorgung. Eine andere Problematik, andere sagten, um in der Hungersnot Getreide zu bekommen, mussten wir unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden. Also haben praktisch ihren Besitz dann geben müssen, um über die Runden zu kommen. Wieder andere beklagten sich, und wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Steuer für den König bezahlen zu können. Die mussten sich verschulden, verfänden, auf Pumpleben, die Zukunft damit belassen. Und alle sagten, wir sind doch vom gleichen Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder, sind unsere Kinder nicht genauso Israeliten wie ihre Kinder, und doch müssen wir unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt, und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören der anderen. Und der Nehemiah, der jetzt diese Klagen von den einfachen Leuten auf der Straße hört, ist entsetzt. Einfach entsetzt. Er sagt, als ich ihre Klage und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte gründlich über alles nach und stellte dann die Vornehmen und Vorsteher zur Rede und dann führte eine harte Rede. Also er macht den Aufschrei der Armen zur Chefsache. Er sagt nicht, kann ich nicht helfen oder interessiert mich nicht, ich kümmere mich um die Oberschicht. Ja, nee, also er macht den Aufschrei der Armen, sieht, dass es berechtigt ist, berechtigte Klagen, absolute Missstände und er macht es zu seiner Aufgabe, diese Missstände abzustellen. Das ist eine sehr gute Eigenschaft eines Leiters, wenn du mit Problemen und Missständen konfrontiert bist, wo Ungerechtigkeiten sind, dass du das zu deiner Aufgabe machst und sagst, okay, das muss gelöst werden. Und dann packt er das Problem auch an der Wurzel, er tut nicht an den Symptomen ein bisschen rumdoktern, sondern er packt das Problem an der Wurzel und präsentiert eine schnelle und nachhaltige Lösung. Und die fällt einem nicht so einfach zu, sondern wie es hier steht, ich dachte gründlich über alles nach. Hat sich erstmal wirklich tiefe Gedanken gemacht, nicht nur wie ich jetzt die Symptome behandle, sondern was ist die Ursache, die hinter all diesem Elend, was mir hier zugetragen wird, steckt. Also das ist wichtig für Leiter, dass sie Ursachenbehandlung betreiben, nicht nur Symptombehandlung. Und er packt das Problem an der Wurzel und präsentiert auch eine schnelle und nachhaltige Lösung, eine Lösung, die schnell da ist, die schnell funktioniert und die auch dann dauerhaft nachhaltig funktioniert. Das ist wichtig, dass es nicht verpufft nach ein paar Wochen oder so, so, dass es wirklich eine grundsätzliche Lösung auch ist. Und er hat dann klare Vorstellungen, und zwar, dass die Felder zu den Oberen konfrontieren und klagt sie an, ihr nutzt die Not eurer Brüder schamlos aus, das muss er ihnen mal so deutlich sagen. Und dann brachte ich die Sache vor, die ganze Volksversammlung, er organisiert praktisch eine Volksversammlung, wo solche Entscheidungen auch zur Sprache kommen und wo dann eine Einigkeit erzielt werden soll im ganzen Volk über eine Vorgehensweise, die er sich überlegt hat. Ich sage, wir haben unsere jüdischen Stammesbrüder, die von Fremden zu Sklaven gemacht wurden, freigekauft, soweit es uns möglich war. Also er tut ein bisschen Geschichtsunterricht machen und er sagt, wie wir es im Exil gehandhabt haben. Wenn das Sklaven von unseren Leuten waren, wenn sie also versklavt worden sind, dann haben wir versucht, die zurückzukaufen. Das heißt, wir haben investiert, um unsere Leute, die versklavt werden, zurückzukaufen von den Heiden. Und ihr, ihr macht Sklaven aus euren Brüdern, aus eurem eigenen Fleisch und Blut. Das ist ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Und ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden. Und da haben sie keine Antwort drauf gehabt und mussten schweigen. Und er sagt ganz klar, es ist völlig unwürdig, was ihr da tut. Also packt sie auch ein bisschen an der Ehre. Es ist unwürdig, was ihr hier verhaltet, ihr Oberen, ihr Reichen. Solltet nicht gerade ihr in Furcht vor Gott leben, das ist eben keine Gottesfurcht, wenn ihr so mit euren Brüdern umgeht. Damit verleugnet ihr eure Gottesfurcht. Doch so macht ihr uns zum Gespött für unsere Feinde. Auch ich und meine Brüder, meine Diener haben Geld und Getreide verliehen. Er hat es auch verliehen. Er sagt, erlassen wir ihnen doch die Rückzahlung. Das ist ein radikaler Vorschlag. Schuldenerlass für die Armen. Ganz radikal. Er sagt, erlassen wir einfach ihnen die Rückzahlung. Gebt ihnen die Felder zurück, damit sie die auch bestellen können, damit sie auch wieder sich ernähren können und autark leben können. Erlasst ihnen die Schulden. Gebt ihnen unverzüglich ihre Felder und weit Weinberge Olivenhainer und Häuser zurück. Also er hat eine schnelle und nachhaltige Lösung, nämlich die Rückgabe, der Rückzahlungsverzicht, also das Verzicht auf Rückzahlung der Schulden und auch bedingungslose Rückgabe aller verpfändeten Sachen. Das heißt, sehr radikal, das kostet den Reichen was, aber das überleben sie schon. Aber für die Armen ist es existenziell. Und das ist sehr, sehr schön bei Nehmi, er packt das Problem an der Wurzel, präsentiert eine schnelle und nachhaltige Lösung, die radikal ist, aber die wirksam ist. Und dann nutzt er die Gunst der Stunde, sie erwiderten gut, wir wollen alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen fordern. Wir wollen alles tun, was du sagst. Also in diese Volksversammlung, wo euch die armen Leute in der großen Überzahl sind, dann geben die Reichen und vornehmen, die das verliehen haben und versklavt haben, dann geben die plötzlich klein bei und sagen, okay, gut, ja, okay, wir machen das, ja, wir machen das. Und dann nagelt sie Nehmi gleich und zementiert diese Gunst der Stunde, wo sie jetzt einsichtig sind und lässt sie schwören durch ein Eid. Da rief ich die Priester und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihre Zusage wirklich zu halten. Also Nägel mit Köpfen. Nicht nur Absichtserklärung, ja, wir wollen das. Und dann schlaut uns darüber und zwei Tage später machen sie alles wieder rückgängig oder machen es doch nicht. Er lässt sie, holt die Priester, geht zum Notar oder was, also er holt die Priester, um es wirklich felsenfest, wasserfest zu machen, zu zementieren. Ihr gebt das jetzt wirklich alles zurück und ihr fordert kein geliehenes Geld zurück. Und so geschieht es auch. Und dann tut er es noch unterstreichen durch eine Geste, außerdem schüttelte ich den Bausch meines Gewandes vor ihn aus und erklärte, genauso soll Gott jeden, der diesen Schwur nicht hält, aus seinem Haus und Besitz herausschütteln. Er selbst soll so ausgeschüttelt und gelehrt werden. Und dann ist tatsächlich bei dieser Volksversammlung, es war eine Versammlung, da rief die ganze Versammlung Amen und lobte Jahwe und alle hielten sich an der Abmachung. Das ist eine vorbildliche Leiterschaft, die Nehemiah hier an den Tag liegt. Das ist auch was ein Leiter auszeichnet. Die kürzeste Definition von Leiter ist, ein Leiter ist jemand, dem andere folgen. Wenn die Leute ihr nicht folgen, dann bist du auch kein Leiter. Aber Nehemiah sind die Leute hier sogar in dieser sehr für die reichen kostspieligen Lösung gefolgt. Weil er einfach diese Leitungspersönlichkeit ist und das auch sehr geschickt als eingefädelt hat. Und es gab auch eine andere Lösung. Das war einfach die notwendige Lösung hier zu tun. Und er hat das dann toll durchgezogen und auch zementiert durch Eid. Und er auch hier ist er wieder Vorbild. Er fordert nicht etwas von den Reichen, wo er nicht selber bereit ist, auch Opfer zu bringen, sondern er rechtfertigt den Verzicht der Reichen, dass die verzichten müssen, durch Verweis auf seinen eigenen Verzicht als Stadthalter. Das ist jetzt kein Selbstlob, sondern man muss das in diesem Zusammenhang sehen. Er hat jetzt gerade von den Vornehmer und Reichen ihnen sehr viel abgefordert, dass sie auf die Rückzahlung der Schulden verzichten, dass sie die Gefändeten Verpfändeten haben sie Geld dafür gegeben, die Gefändeten Felder und auch die Menschen, die sie versklavt haben, dass sie das einfach zurückgeben. Und das rechtfertigt er, indem er sagt, schaut, wie ich lebe. Und das ist etwas, was einfach auch die Großzügigkeit und Opferbereitschaft von Nehemiah zeigt. Und ich möchte diese Verse lesen, weil das einen sehr großes Zeugnis ist für Leiter. Manchmal sind Leiter auch Vermögende als andere. Und dann haben sie eine große Verantwortung mit ihrem Vermögen auch angemessen umzugehen. Und Nehemiah ist hier ein herausragendes Vorbild. Und dieses Zeugnis von Nehemiah von seinem eigenen Verzicht als Stadthalter möchte ich jetzt lesen. Kapitel 5, Vers 14 folgende. Ich selbst habe von Anfang meiner Stadthalterschaft in Judah an zwölf Jahre lang – war das etwas, was er praktisch erst am Ende sagen kann – zwölf Jahre lang nämlich vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Adaxerxes für mich und meine Brüder auf alle mir zustehenden Unterhaltskosten verzichtet. Also er war ein wohlhabender Mann, er hat ohne Gehalt gearbeitet, zwölf Jahre. Ihm wäre zugestanden, ein bestimmtes Stadthalter Gehalt, er hat freiwillig darauf verzichtet, hat kostenlos gearbeitet. Es gibt manche Pastoren, wenn sie das können, die sagen, ich brauche von dieser Gemeinde kein Geld, ich mache das einfach so. Voller Einsatz, volle Stelle, aber ich brauche kein Geld, weil ich anderweitig versorgt bin. Die meisten Pastoren sind natürlich nicht in der Lage, die brauchen ihr Gehalt, damit sie was zum Weißen haben. Klar, aber es gibt Situationen, wo man auf sein Gehalt komplett verzichten kann. Und da gibt es viele Beispiele im Reich Gottes, wo Männer gerade in Führungspositionen einfach um das Werk zu schonen, ja, auch Gehaltseinbußen oder so weiter, niedrige Gelder hinnehmen, aus Überzeugung. Also, er hat hier auf seine Unterhaltskosten verzichtet. Frühere Stadthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt und nicht nur Brot und Wein, sondern auch 40 Silberstücke pro Tag von ihnen genommen. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich habe das nicht so gemacht, weil ich Gott fürchtete. Er sagt uns sehr viel aus, obwohl ihm das zugestanden wäre, hat er das Amt benutzt, um andere noch auszubeuten. Hat er schon gar nicht gemacht. Er hat auch nicht geherrscht über die Leute, weil er Gott fürchtete. Auch beim Bau der Mauer habe ich selbst Hand angelegt. Stand nicht nur da als Kommandeur und hat dirigiert, wie die anderen arbeiten, er hat selbst mit angepackt. Ganz wichtig als Leiter. Auch beim Bau der Mauer habe ich selbst Hand angelegt. Auch meine Leute haben mit geholfen. Keiner von uns kaufte Land für sich selbst. An meinem Tisch speisten die 150 Vorsteher der Juden dazu noch die Gäste von den umlegenen Völkern. Er hat jeden Tag 200 Leute verköstigt. Jeden Tag ließ ich ein Rind sechs ausgesuchte Schafe und Geflügel zubereiten. Alle zehn Tage wurden die verschiedensten Weine in großer Menge angeliefert. Trotzdem habe ich auf die Unterhaltskosten, die mir als Stadthalter zustanden, war nicht unberechtigt dieses Gehalt für den Stadthalter, weil er alles leisten musste. Trotzdem habe ich auf die Unterhaltskosten, die mir als Stadthalter zustanden, verzichtet, denn der Arbeitsdienst lasste es schwer genug auf dem Volk. Und er sagt noch, denk an mich, mein Gott, und lass mir zugutekommen, was ich für dieses Volk getan habe. Also bei Gott ist das nicht unvergessen, dieser enorme, auch finanzielle Einsatz, wie Vorleistung her, Nehemiah hingegangen ist. Gut, er war vermögend, er war wohlhabend, aber wer macht das? Wer macht es dann umsonst? Auch wenn es kann, er kann es umsonst machen, aber er hätte es nicht Vorbild und deswegen, weil er selber diesen Verzicht lebt und eigene Rechte nicht wahrnimmt, verzichtet eigene Rechte auf eigene Rechte, kann er auch den Reichen und Vornehmen einiges abfordern und sagen, ihr müsst jetzt auch mal verzichten. Es ist schlecht, die anderen zum Verzicht aufzurufen, wenn man selber nie verzichtet hat, aber wenn man selber ein Vorbild im Verzicht ist, dann hast du eine ganz andere Glaubwürdigkeit, wenn ich hier zum Verzicht aufrufe. Also in diesem Kapitel 5, wie er das managt, dass das Problem der Verarmung der Landbevölkerung gelöst wird, ist hervorragend, wie er das macht. Bei diesem Attentatsversuch auf Nehemiah, Kapitel 6, 1-9, vermeidet unnötige Gefährdung seiner Person. Also die wollen ihn in eine Falle locken und sagen, komm doch, besuch uns, wir müssen sprechen. Nein, nein, ich habe keine Zeit, ich gehe nicht hin. Wäre eine unnötige Gefährdung seiner Person und die hätten ihn wahrscheinlich umgebracht. Er vermeidet unnötige Gefährdung seiner Person. Er fokussiert sich ganz einzig auf seine Aufgabe, ich habe auch keine Zeit, zu euch zu gehen. Ich habe jetzt diese Aufgabe des Mauerbaus, ich muss mich darauf konzentrieren. Auch gegenüber den Feinden tut er nicht Öl ins Feuer gießen, sondern er deeskaliert gegenüber den Feinden. Und er tut einfach ziemlich ruhig und gelassen ihnen antworten und nicht die Sache noch mit Brandbeschleuniger Verschlimmern. Diese Spannungen, die Feinde ihm gegenüber haben. Er deeskaliert gegenüber seinen Feinden, indem er beschwichtigende Worte und einfach sachlich bleibt, nicht selber Drohungen ausstößt oder so. Er deeskaliert. Er lässt sich auch durch Fake-Briefe nicht einschüchtern, die Briefe aufsetzen, wo Gerüchte verbreitet werden, dass er König werden will und abfallen will und so. Er lässt sich da nicht einschüchtern und beirren. Er konfrontiert dann falsche Behauptungen mit der Wahrheit. Wenn Gerüchte kommen, die die aufbringen oder Lügenbriefe, dann sagt er nur, das ist nicht so. Ihr habt das einfach nur ausgedacht. Es ist nicht so. Punkt. Er konfrontiert falsche Behauptungen mit der Wahrheit. Also das ist das Böse nicht das Gute, die Lüge einfach durch die Wahrheit zu konfrontieren. Und in allen Anfechtungen, die er da hat, in diesem Zusammenhang, das zieht sich auch über Wochen hin, ist im Kontext des Mauerbaus noch, in allen Anfechtungen betet Nehemiah um Kraft, das Werk, nämlich diesen Bau der Mauer jetzt, zu vollenden. Also auch hier ein vorbildlicher Umgang mit diesen Attentatsplänen der Feinde. Vereint begibt er eben sie unnötig in Gefahr. Weitere Herausforderungen für ihn sind, dass falsche Propheten kommen. Die haben auch kein Schild auf dem Kopf, ich bin ein falscher Prophet, sonst muss man erkennen, dass es ein falscher Prophet ist. Und hier wird er mit falschen Propheten konfrontiert, Kapitel 6, Vers 14 bis 10 bis 14. Und das zeigt einfach, dass der Feind immer auch alle möglichen Register zieht und auch über die sogenannte Frommaschine kommen kann, um einen zu Fall zu bringen. Eines Tages besuchte ich Shemaya Ben Delaya, den Enkel von Mehetabel, weil er verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte zu mir, lass uns miteinander ins Haus Gottes gehen und uns im Innern des Tempels einschließen, sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. Also wenn ihm wieder so einen Attentatsplan übermittelt durch diesen Propheten und er schlägt vor, diesem Attentat zu entgehen, indem sie sich im Tempel einschließen, weil niemand durch den Tempel geht und ihn das suchen würde. Und noch heute Nacht, schnell, schnell, jetzt. Und Nehemiah sagt, ein Mann in meiner Stellung läuft nicht davon. Nehemiah ist nicht jemand, der bei Gefahr einfach wegläuft und sich versteckt, verkriecht. Aber mehr noch, weil er Gottes Wort kennt, entlarvt er Schemaja, der jetzt diesen Vorschlag unterbreitet, entlarvt er ganz schnell als falscher Propheten. Und außerdem darf ich den Innenraum des Tempels überhaupt nicht betreten, das weiß er aus dem Gesetz. Denn das müsste ich mit dem Leben bezahlen. Nein, ich gehe nicht. Mir war nämlich klar geworden, dass nicht Gott ihn geschickt hatte. Er hatte mir diese Prophezei nur gesagt, weil Tobias und Sanballat ihn dafür bezahlt hatten. All dieser Prophet war gedungen, war praktisch geschmiert, um den Nehemiah zu veranlassen, eine Sünde zu begehen und dadurch sich seine Glaubwürdigkeit, seine Autorität völlig zu undeminieren. Und das hat er durchschaut, weil das kann nicht von Gott sein, sich im Tempel zu verstecken, weil Gott gesagt hat, da kann es nicht einfach rein. Das war nur den Priestern erlaubt und nur den Hohenpriester ins Allerheiligste gehen durfte, einmal im Jahr. Es konnte nichts von Gott sein, diese Botschaft. Deswegen hat er ihn als Falschpropheten erkannt. Sie wollten ihn benutzen, um mir Angst einzujagen und mich dadurch zu einer Sünde verleiden. Damit wollten sie mich in üblen Ruf bringen, um mich dann verächtlich machen zu können. Also er entlarvt das, das kann nicht von Gott sein. Schemeyer, dieser Vorschlag, den er bringt, das ist nicht im Sinne Gottes. Von daher braucht er diesen Propheten keins zu weise zu geholfen. Nehemi erkennt auch den Drahtzieher. Sie sagt er, da steckt Tobias und San Ballad dahinter, die ihn da geschmiert haben. Da müssen Verbindungen sein, die Feinde stecken dahinter. Er kennt den Tati und betet dann auch gegen deren Mannschaften. In Vers 14, du mein Gott, vergiss nicht, was Tobias und San Ballad getan haben. Und lässt sich auch durch andere falsche Propheten nicht einschüchtern. Das war jetzt kein Einzelfall, sondern sind noch andere aufgetreten. Er sagt, denk auch daran, was die Prophetin Noatia und die anderen Propheten taten, um mich einzuschüchtern. Das ist etwas, wo du leider darüber umklagen sein musst. Die Feinde sitzen nicht nur außen, die bösen, sofort erkennbaren Feinde, sondern die Feinde sind auch im Inneren angesiedelt und gibt es auch in Inneren Leute, eigentlich Vertrauenspersonen, die aber zu Fall bringen wollen. Damit musst du rechnen. Und Nehemiah war dann nicht naiv, sondern es gab auch falsche Propheten. Propheten, die aus eigener Idee weiß oder die geschmiert waren, sich bestechen ließen, um bestimmte Ziele zu erreichen und nicht treu ihrem Gott sind. Es ist leider so. Aber er lässt sich auch durch falsche Propheten nicht einschüchtern. Aber es ist auch ein ganzes besonderes Gebiet der Herausforderung. Jetzt praktisch von scheinbar frommen Leuten, die dich zu Fall bringen wollen. Dann die Kollaboration führender Juden mit dem Feind. Also nicht nur im Inneren fromme Leute aus deiner Umgebung, sondern es können auch führende Leute in deiner Umgebung sein. Gerade führende Juden, die aber mit dem Feind zusammenarbeiten, kollaborieren. Nehemiah weiß, wenn Gottes Wirken offenbar wird, vergeht den Feinden der Mauer wurde in 52 Tagen am 25 September fertiggestellt. Als unsere Feinde aus den Völkerschaften um uns herum davon hörten, fürchteten sie sich. Ihr Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Also wenn Menschen hochmütig sind, musst du eigentlich gar nichts machen. Lass sie hochmütig sein. Wenn Gottes Wirken offenbar wird, dann wird ihr Hochmut schon runter gefahren. Dann wird ihr Hochmut verfliegen. So vergeht ihnen der Hochmut. Wenn sie merken, Gott war am Werk, Gott hat da geholfen, das ist wirklich zustande gekommen, dieses Werk des Mauerbaus. Näher mir durchschaut auch falsche Allianzen aufgrund familiärer Verflechtungen. Da gibt es dann Familienbande. Das ist auch wichtig zu durchschauen, wer mit wem verwandt ist, durch Verschwägerungen und Verheiratungen und so weiter. Und da waren einige führende Leute, die waren da mit Abkömmlingen der Feinde verbandelt. Wir lesen hier in Vers 17, während dieser ganzen Zeit standen einige der Vornehmen in Judah in ständigen Briefwechsel mit Tobiah, also einem der Erzfeinde hier. Die haben ständig da hin und her geschrieben. Denn viele Juden hatten ihm Beistand geschworen. Warum? Familiäre Bande. Weil er ein Schwiegersohn von Shechanja ben Arach war. Und Tobias Sohn Johannan hatte eine Tochter von Meshulam ben Berechia geheiratet. Also wenn solche familiären Verknüpfungen sind, dann kann auch dadurch Einfluss und Loyalitäten stattfinden, die eigentlich nicht gut sind. Also kamen Loyalitäten zustande von führenden Juden mit den Feinden Nehemias aufgrund dieser Eheschließung verwandtschaftlichen Beziehungen, die hier sind. Und Nehemi durchschaut das. Deswegen müssen wir da mal gucken, wer hat Verbindung, Kontakt zu den Feinden da, die da draußen sind, die vielleicht dann auch Informationen wieder weitertragen und so weiter. Nur Nehemias ist auch nicht naiv, sondern erkennt die Spur verräterischer Kommunikation. Ja, zum Beispiel dieser Briefwechsel, der da bestand. Oder diese Leute rüben Tobias Verdienste vor mir. Also an ihrem Reden merkt er, wenn die dauernd meinen Feind loben in meiner Gegenwart. Vielleicht sind da irgendwelche Verbindungen zwischen dem und meinem Feind. also wenn der dauernd lobt, warum lobt er denn den? Da gibt es vielleicht Interessengemeinschaften zwischen denen. Also an diesem Lob merkt es auffällig, diese Leute berühmten Tobias Verdienste vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte. Also er merkt dann auch, da kommen Sachen auch von Tobias, von dem Feind, kommen Worte und Aussagen, das kann er nur gehört haben von einem aus meiner nächsten Umgebung. Also da muss eben Dinge zugetragen werden, die eigentlich so intern besprochen werden, also internes kommen nach draußen, das merkt er dann auch an den Reaktionen, was von draußen kommt. Also verräterische Kommunikation durch eigenartiges Lob von Leuten, Leute gelobt werden oder wo dann Informationen geflossen sind, die eigentlich dort gar nicht hätten sein können oder sein sollen. kurzfristig unlösbare Probleme entschärft er die Schaffung von Tatsachen. Also die Tatsache, dass die Mauer dann gebaut wurde, er konnte die Feindschaft der Feinde, Tobias, Sambalat und die drei, die da gegen ihn waren, die konnte nicht abschaffen oder kurzfristig lösen, dieses Problem, dass diese Feinde da waren. Aber indem er die Mauer gebaut hat und die Mauer dann fertig war, in dieser Rekordzeit von 52 Tagen, dann war das Problem dann doch sehr entschärft, weil ihr Widerstand war hauptsächlich gegen den Mauerbau, aber dann war die Mauer halt da. Okay, was sollt ihr jetzt noch machen? Also manchmal kannst du ein Problem nicht lösen, du bist nicht kurzfristig, aber du kannst Fakten schaffen. Und von daher überlege, welche Fakten, wenn sie geschaffen sind, tun dieses unlösbare Problem der Feindschaft hier zumindest entschärfen. Stellenbesetzung Sicherheitskonzept Nehemiah vermeidet Probleme proaktiv durch weiße Stellenbesetzung, indem Leiter eingesetzt werden, verschiedene Leiter, Ernennung von Torhütern, Sängern und Leviten und auch eine Dienstzuweisung, das genaue Stellenbeschreibung Parkeshoch ist, was genau ihr Dienst ist, das ist auch wichtig, nicht nur Leute hinzustellen, zu ernennen, für eine bestimmte Aufgabe, sondern auch klar zum Reißen, was ist ihre Aufgabe in dieser Position. Und auch ein Sicherheitskonzept hat er, dass er eben wieder in Toren, Stadttoren, wie die besetzt sind, wann die Öffnungszeiten sind, wann die Schließzeiten sind und so weiter. also ein klares Sicherheitskonzept. Und da hat er eher ein bisschen engmaschig, also nicht so an die Grenze des Möglichen, sondern eher, also erst später die Tore aufmachen, wenn es richtig hell ist, nicht schon bei Morgengrauen und so weiter. Also er hat ein durchdachtes Sicherheitskonzept, wie die Sicherheit der Stadtmauer am besten zu gewährleisten ist und er tut Stellen klar besetzen, sodass da Ordnung und Sicherheit da ist. Er nennt auch seinen Bruder Hanani und den Befehlshaber der Burg Hanania, er nennt sie zu Vorstehern Jerusalems. So könnte man nicht sagen, naja, es ist Vettel des Wirtschaft. Nein, Vettel des Wirtschaft ist, wenn Leute aus der Verwandtschaft positioniert werden, die aber qualitativ nicht geeignet sind. Das ist Vettel des Wirtschaft. Wenn jemand Qualifikation hat und geeignet ist für eine Aufgabe, dann ist es sogar sehr günstig, wenn der auch Verwandt ist, das hilft. Aber entscheidend ist die Eignung. Und wir sehen, was bei Hanania zum Beispiel genannt wird, dass hier folgende Merkmale vorliegen bei Hanania, bei seiner Ernennung zum Vorsteher, einem der beiden Vorsteher Jerusalems, Loyalität und Integrität. Also Loyalität ist wirklich klar in der Nehemiah stehend. Er ist absolut loyal, man kann sich auf diesen Vorsteher verlassen und Integrität ist eine Charaktersache. Der Mann ist nicht bestechlich, der Mann hat einen guten Charakter, ist gottesfürchtig und so weiter. Und wir sehen, Diensterfahrung spielt eine Rolle und geistliche Qualifikation. Hanania, sein Bruder, war ja letztlich auch der, der den weiten Weg nach Susa auf sich genommen hat, um persönlich vorsteher zu werden vor Nehemiah, der da diese Position des Mundschenks des Königs hatte, um ihm die Not von Jerusalem zu klagen. Sicherlich mit der Hoffnung, vielleicht seinen Bruder gewinnen zu können, dass der kommt und hilft. Aber das zeigt schon mal viel Qualität von dem Bruder Hanani, dass er auch ein Anliegen für Jerusalem hat, dass er auch einsatzbereit ist und weiten Weg auf sich nimmt, Mühen auf sich nimmt, um für das Volk was Gutes zu bewirken. Also das zeichnet ihn auch schon aus. Aber kann man manchmal auch sehen, wenn Leute aus einer Familie kommen, das kann auch ein Qualitätsmerkmal sein bei bestimmten Familien. Da war es so, die Kinder aus der Familie, die kann es alle gebrauchen. Also Loyalität, Integrität, Diensterfahrung, ist auch bei beiden der Fall, und geistliche Qualifikation. Und das ist sehr schön, was hier bei Hanani gesagt wird. Zu Befehlshaber in Jerusalem ernannte ich meinen Bruder Hanani und den Burghauptmann Hanania, der ein zuverlässiger und gottesfürchtiger Mann war, und jetzt kommt ein Nachsatz, der bezeichnend ist, der ein zuverlässiger und gottesfürchtiger Mann war, wie es nicht viele gab. Wie es nicht viele gab. Denken auch an Paulus, wo er sagt, Timotheus, ich habe keinen so wie den. Also ein herausragender Mitarbeiter. Und hier auch Hanania, diese gottesfürchtig zuverlässig, wie es nicht viele gibt. Solche Leute müssen an Schlüsselposition positioniert werden. Und das macht Nehemiah sehr gut. Und er schließt auch Regeln für Öffnungszeiten und Bewachung der Tore. Das hat mit dem Sicherheitskonzept zu tun. Ein weites Problem ist die geringe Einwohnerzahl und der fehlende Wohnraum in Jerusalem. In Kapitel 7 Vers 4 haben wir die Problemanalyse. Nun war die Stadt ausgedehnt, also weitläufig und groß. Aber die Zahl der Einwohner klein. Also obwohl Jerusalem seit 80 Jahren schon wieder besiedelt ist, waren wahrscheinlich nur wenige tausend Leute da. Also ein richtiges Dorf eher. Es war keine wirkliche Stadt. Es ist ja logisch, die Stadt hatte keine feste Mauer gehabt, sie war eine Ruinenstadt, so wie es Nord Gaza ausschaut, die Hälfte der Gebäude zerstört oder mehr. Wer will da wohnen? Niemand will da wohnen, kann es auch nicht wohnen, in diesem Trümmerfeld. Und es ist noch nicht wirklich aufgebaut worden. Es gab also zu wenig Leute und auch zu wenig Neugebäude Häuser, die waren gar nicht da, Neugebäude Häuser waren gar nicht vorhanden, wie auch wenn keine Leute da wohnen, wo soll die Manpower herkommen, da die Häuser zu bauen? Also das ist die schlimme Lage von Jerusalem. Dieser Vers ist sehr wichtig und zeigt, wie der tatsächliche Zustand Jerusalems war, zur Zeit von Nehemiah. Kleine Zahlen an Einwohnern und Neugebäude Häuser waren gar nicht vorhanden. Und er hört dann auf einen Impuls von Gott. Da gab es mir Gott in den Sinn, die Vornehmung, die Vorstellung, das ganze Volk zusammenzurufen. Also er hat keine Stimme gehört, er hat, jetzt kam kein Prophet und hat ihm irgendwann ein Wort Gottes, im Namen Gottes gesagt, kam auch nicht, aber Gott hat es ihm in seinen Sinn gegeben, also ihm kam der Gedanke. Und er hat gemerkt, das kommt von Gott. Da gab es mir Gott in den Sinn, die Vornehmung, die Vorstellung, das ganze Volk zusammenzurufen, um sie nach ihren Sippen in Listen einzutragen. Was soll das? Er macht eine Bestandsaufnahme der Einwohnerschaft. Erst wenn er diese Bestandsaufnahme der Einwohnerschaft hat, kann er daraus wieder andere Handlungen hervor ausführen. Er muss erst mal wissen, wie viele Leute gibt es überhaupt? Wo wohnen die Leute? Wer sind das? Wie viele gibt es? Und so weiter. Wie kriegen wir dann auch mehr Leute nach Jerusalem? Und er nutzt dann auch zufällige Ressourcen und bei dieser Arbeit, dabei fand ich die Schriftrolle mit dem Verzeihlichste ersten Heimkehrer und dann wird diese Schriftrolle abgetobt hier in Kapitel 7, die wir auch in SR 2 schon haben. Also er in seiner Bemühungen die Einwohnungszahl Jerusalem zu steigern, wird diese Bestandsaufnahme vorbereitet. In dem Zusammenhang trifft er auf eine Liste, was früher schon da war. Und das ist auch nützlich, zu wissen, okay, wer war eigentlich damals bei dieser ersten Generation alles hergekommen? Es gibt schon eine gewisse Tendenz, welche Sippen groß und welche Sippen klein waren. Und wer Verantwortung damals hatte, wer vielleicht auch Verantwortung in jetziger Zeit übernehmen könnte und so weiter. Also die Lösung des Problems finden wir allerdings erst in Kapitel 11, aber ich will es mal vorwegnehmen. Und das ist eine sehr spektakuläre Lösung eigentlich. Kapitel 11, die ersten drei Verse. Die Führer des Volkes wohnten schon in Jerusalem. Aus der übrigen Bevölkerung wurde jede zehnte Familie durch das Los dazu bestimmt, ebenfalls in Jerusalem der eigenen Stadt zu wohnen. Also war mir eine Zwangsmaßnahme, einen Eingriff in die individuelle Freiheit, die nie vorher in Israel stattgefunden hatte, auch nie wieder danach stattgefunden hat. Das ist eine völlig einmalige Aktion, aufgrund dieser einmaligen oder dieser Situation Jerusalems, dass zu wenig Leute in Jerusalem wohnen. hat er nämlich aus jeder zehnte Familie wurde dieses Los bestimmt, in Jerusalem der Heigenstadt zu wohnen. Die mussten umsiedeln. Aus ihren bequemen Häusern raus, in Jerusalem diese Ruinenstadt und sich dann eine neue Existenz aufbauen. Ziemliche Herausforderung natürlich für die Leute. Jede zehnte Familie, 10%. Dadurch kriegt er 10% mehr Bevölkerung, also 10% der Gesamtjudenschaft wird nachher Jerusalem umgesiedelt und dadurch bekommt Jerusalem jetzt mal eine anstattliche Zahl von Einwohnern. Die anderen Familien konnten in ihren Ortschaften bleiben und jede Familie, die freiwillig nach Jerusalem zog, wurde vom Volk gesegnet. Das waren dann die Stars sozusagen, die freiwillig, ohne Los Entscheid, die freiwillig nach Jerusalem umgezogen sind und all die Mühsal und das Ungemach und all den Wohlstandsverlust, der das mit sich bringt, auf sich genommen haben, um in diese Ruinen stattzuziehen. Die wurden beklatscht, aber das hat noch nicht gereicht, die Freiwilligen, deswegen auch diese anderen Linien mit dem Los, 10% der Gesamtjudenschaft umzusiedeln nach Jerusalem. Das war die Lösung des Problems, die er dann später gemacht hat, aber hier fängt das Problem, er wird nur kurz benannt und fängt es an, aber gelöst wird es erst dann später in Kapitel 11. Der geistliche Höhepunkt des Buches Nehemiah sind die Festzeiten und die Erweckung, die in Kapitel 8 bis 10 beschrieben wird und da spielt Nehemiah auch eine wichtige Rolle, er ist der führende Mann in dieser ganzen Bewegung zusammen mit Esra und auch den Leviten und aber vieles ist insgesamt, deswegen kann man das hier relativ kurz abhandeln unter dem Gesichtspunkt Nehemiah als große Führungspersönlichkeit. Wir haben Auftritt zusammen mit Esra und den Leviten bei dieser öffentlichen Schriftlesung am Neujahrsfest. In den ersten neun Versen wird das fünfte Buch Mose öffentlich verlesen, wird stundenlang auch Bibel gelesen an diesem Tag und da steht Nehemiah als Stadthalter nicht abseits und sagt was die Geistlichkeit da macht also Esra und Leviten soll die mal ran sondern er als Stadthalter ist natürlich voll mit dabei und auch als Führer mit Anwesen sichtbar er leitet das zusammen mit Esra und den Leviten diese öffentliche Schriftlesung am Neujahrsfest und als sie dann das Wort Gottes hören und ziemlich geplättet sind weil da merken sie wie viel sie gar nicht machen was im Gesetz steht wie sie stark zurückbleiben hinter den Anforderungen Gesetzes das macht sie zunächst mal traurig eine heilige Traurigkeit die da erfolgt wenn man Bibel liest und seine eigene Sünde und Schuld erkennt weil das eine Funktion des Wortes Gottes das uns überführt von Schuld zu Sünde und das auch passiert wir haben das Gesetz vorgelesen und gemerkt in vielerlei Hinsicht machen wir das ja noch gar nicht und da macht Nehemiah in Kapitel 8 Vers 10 in der Venieren und 8 Vers sagt in Vers 9 in der zweiten Hälfte da sagten der Stadthalter Nehemiah der Priester und Gesetzeslehrer Esser und die Leviten die das Volk unterwiesen seid nicht traurig und weint nicht die haben richtig geheult als sie mit dem Wort Gottes konfrontiert worden sind und ihr elend gesehen haben ihr geistliches elend seid nicht traurig und weint nicht denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott Geweiht also Nehemiah ist hier nicht allein sondern im Zusammenschluss mit Esra und auch den Leviten aber er hat dieses sehnsäuerliche Gespür dass die jetzt eine Ermutigung brauchen nicht doch irgendwie eins drauf und schimpfe sondern die sind schon berührt von Gott sie sind schon erschüttert angesichts ihrer eigenen Sündhaftigkeit die jetzt ihnen klar wird beim Lesen des Wortes Gottes und deswegen sagt die brauchen jetzt eine Ermutigung und sagt seid nicht traurig und weint nicht denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott geweiht geht jetzt zu eurem Festmahl esst und trinkt und gebt euch gebt auch denen etwas ab für die nichts vorbereitet ist heute ist ein Festtag für Jahwe seid nicht traurig denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz Ja die Leviten haben dann das gleiche Horn geblasen was auch Esra Nehemiah hier gesagt haben Am nächsten Tag an dieser Festversammlung ist dann ein Vertiefungsstudium der Leiter das ist am ersten Tag des Laubhüttenfestes und das heißt die Leidungspersonen werden auch noch besonders geschult auch zeigt auch wieder was über die Organisation des Ganzen also einmal Bibellese für das ganze Volk für alle aber dann brauchen Leiter noch Vertiefungsschulung damit die einfach besser Bescheid wissen als der Einzelne und das Schöne ist dass es dann zu einer sofortigen Umsetzung das aus dem Gesetz Erkannten kam in Vers 18 also wir in diesem Abschnitt von diesem Vertiefungsstudium dass sie da erkannt haben wie das Laubhüttenfest zu feiern ist und es wurde die ganzen Jahre über nicht gemacht aber sie lesen es jetzt und dann sagen okay das machen wir jetzt so soll es eigentlich sein wir lesen was in der Bibel sehen irgendwo ein Defizit und wir setzen es sofort um und verändern es machen Veränderung ja sofortige Umsetzung das aus dem Gesetz Erkannten und das war hier konkret die Art der Begehung des Laubhüttenfestes und so haben sie das dann auch entsprechend organisiert und an jedem dieser sieben Tage wurde aus dem Buch des göttlichen Gesetzes vorgelesen und am achten Tag fand dann die vorgeschriebene Festversammlung statt und zuvor hatten sie eben diese Laubhütten gebaut und den Volk Befehle gegeben die umliegenden Berge zu gehen frische Zweige zu holen und so weiter und das Fest ordnungsgemäß so wie es in der Gesetzbuch des Mose geschrieben steht zu begehen das was sie im Vertiefungsstudium praktisch gelesen haben haben sie sofort in die Tat umgesetzt und da war natürlich auch Demeter wieder federführend es kommt dann zu einem Fastengottesdienst im Anschluss ein Lobpreis Gottes mit Sündenbekenntnis das ist vielleicht sogar geistlich das Zentrum dieses Abschnittes über die Festzeiten und die Erweckung dieser Lobpreis Gottes und Sündenbekenntnis und ich kann mal eine Zusammenfassung geben von diesem langen Lobpreis und Sündenbekenntnis im Kapitel 9 Vers 5 bis 37 ein großes Thema ist das dass Gott gepriesen wird als Schöpfer als Erwähler und Bundesgenosse Abrams als Befreier Israels aus Ägypten als Sieger über Pharaos Heer als Führer in der Wüste und Gesetzgeber im Sinai Gott als der Versorger auf dem Weg ins Weißene Land also wird immer so Geschichtsrückblick und Gott gepriesen für all das was in der Vergangenheit getan wird ja dann der Blick auf unsere Vorfahren unsere Vorfahren waren eigenmächtig widerspenstig ungehorsam waren rebellisch aber Gott war barmherzig und gnädig unsere Vorfahren waren Götzendiener und Gotteslässerer aber Gott war barmherzig und immer trotzdem da Gott als Ergeber guter Gaben und Versorger Gott als Herr über Königreich und Völker Gott als Erfüller seiner Verheißungen auch bezüglich der Nachkommenschaft von Abraham und Landbesitz unsere Vorfahren als Widerspenstige Gesetzeshasser Prophetenmörder Lästerer und Treulose aber Gott war Richter und Erbarmer Gott der Mahner aber Israel wir waren hochmütig ungehorsam Sünder Gott war geduldig und Warner wir Israel unwillig aber Gott Richter und Erbarmer also es wird praktisch die Taten Gottes Gottes gute Eigenschaften Gottes gutes Handeln an seinem Volk Israel Gottes Größe und Herrlichkeit wird beschrieben und das Versagen ihrer Vorfahren oder auch das Versagen Israels in ganz diesen Jahrhunderten der Geschichte und dann kommt der Umschwung gegen Ende in Vers 32 kommt dann der Umschwung wo es dann zum Bitt- und Klageteil umschwenkt und sagt und nun unser Gott ab Vers 2 und nun nachdem es jetzt so ist wie wir es gerade besprochen haben du bist zu loben und zu preisen wegen deiner wunderbaren Eigenschaften und was alles für uns getan ist wir oh wir haben versagt total und nun was jetzt und nun unser Gott Gott als mächtiger Ehrfurchtgebieter und treuer Bundesgenosser sie sagen kümmere dich um unsere Nöte Gott als gerechter Richter aber Israel hat sich schuldig gemacht Gott als Gesetzgeber und Warner aber unsere Könige Fürsten und Priester unsere Vorfahren als ungehorsame Gott als Geber Bruder Gaben aber Israel undankbar Unabhängige und Böse haben sie eigentlich noch mal das wiedergekaut was sie die ganze Zeit vorher auch schon gesagt haben und erst jetzt kommen sie zum eigentlichen Anliegen erst Vers 36 erst in Vers 36 die letzten zwei Verses kommt es nach all dieser Lobpreis Gottes auf der einen Seite Beklagen der Sündhaftigkeit des Versagens Israels auf der anderen Seite kommt dann die Nennung des eigenen Anliegens so sind wir nun Sklaven im eigenen von Gott geschenkten Land sie waren immer noch Untertanen der Perser in einer persischen Provinz die hieße Jehud ja und sie waren eben dem Gesetz der Perser untertan und mussten Steuern an den König der Perser zahlen sie waren Sklaven und so sind wir und Sklaven im eigenen Land von Gott im eigenen von Gott geschenkten Land und leiden große Not also ihre große Not bringen sie so vor Gott und als Ergebnis dieses Gebets kommt es dann zum Schwur und dass sie Gott schwören wollen dass sie den Bund mit ihm erneuern und wieder neu sich bewusst unter diesem Bund und dieses Gesetz Gottes stellen wollen und das finden wir in Kapitel 10 Vers 31 bis 40 und da werden ganz konkrete Dinge genannt die zu ändern sind und die sie dann auch mit einem Schwur feierlich vor Gott bekräftigen ja wir wollen wir wollen konkret folgende Dinge in Zukunft tun was wir immer wieder nicht getan haben in der Geschichte ja wir wollen Mischehen verbieten keine Mischehen mehr was Esther schon vorher mal angeleiert hatte vor vielen Jahren ist wieder hochgekommen aber Mischehen wir wollen das nicht mehr machen Sabbat soll geheiligt werden und das Sabbatjahr alle sieben Jahre eingehalten werden die jährlichen Tempelabgaben sollen pünktlich entrichtet werden wir wollen losen wer für die Brennholzbeschaffung für den ganzen Tempelbetrieb zuständig ist für die ganzen Opfer die müssen ja mit Brennholz befeuert werden da muss Brennholz angeliefert werden das wird gelost wer das macht wer verantwortlich ist die ganze Abgaben Blick auf Erstlingsfrüchte Weihe der Erstgeburten und auch die Abgabe des Zehnten all das geloben und schwören sie feierlich von nun an zu tun ja Bundeserneuerung es ist ernst gemeint und es ist wirklich eine Erweckung die hier unter Esra Nehemiah aufbricht dass das Volk geschlossen im Zusammenhang mit diesen Festtagen diesen Bund mit Jahwe erneuert und ganz konkret diese Missstände abstellen will und schwört Gott schwört diese Missstände abzustellen ja das ist beeindruckend war leider nicht so nachhaltig wie man das sich jetzt gewünscht hätte aber immerhin es ist ein wichtiger Start in die richtige Richtung Nehemiah als große Führungspersönlichkeit wir kommen langsam zum Ende in diesem Abschnitt wo es über Listen die Einweihungsfeier oder die Ordnung geht auch da kann man noch einiges sehen wie er als Führungspersönlichkeit handelt und wie er da vorbildlich ist im Kapitel 11 wie die Sache mit Jerusalem greift er wirklich zu völlig unkonventionellen Maßnahmen also er tut das Freiheitsrecht beeinträchtigen aufgrund dieser besonderen Notlage und er sah keine andere Möglichkeit die Bevölkerung in Jerusalem in kurzer Zeit so zu steigern damit auch Jerusalem wirklich gebaut werden kann ohne Manpower kannst du Jerusalem nicht bauen da wird es noch 100 Jahre gehen ja sondern es es musste jetzt mal wirklich die Ärmel hintergekrempelt werden und Leute müssten bei und auch aus Eigeninteresse ihre Häuser wieder aufbauen also neue Häuser bauen und da mussten einfach viele Leute nach Jerusalem und da die Freiwilligen viel zu wenig waren und man nicht warten konnte bis die Vermehrung natürlich Vermehrung so ist das dann die Verfolgungszahl groß ist ging das nur durch Zuwanderung sozusagen Umsiedlung und hat wirklich dieses entwickelt dass er das Programm durchgesetzt hat das eben gelost wird und jede zehnte Familie musste umsiedeln ja konnte Einigkeit darüber erzielen und dass die alle mitgemacht haben dazu war natürlich nötig eine Liste zu haben welche Familien alle im Land vorhanden sind das war die Vorarbeit aber als die Liste hat er dann okay so viele Leute so viele Leute braucht man dann hat er gesagt jede zehnte Familie muss umziehen und hat das durchgezogen also das ist schon eine enorme Leistung so eine unkonventionelle und auch sicherlich nicht so super populäre Maßnahme ja dann hätte es ja mehr Freiwillige gegeben also viele mussten gegen ihren Willen praktisch gezwungen werden umzusiedeln an dieser Stelle also eine völlig unkonventionelle auch unpopuläre Maßnahme aber als Leiter muss man sowas manchmal durchziehen sonst kann man bestimmte Ziele nicht erreichen ja und wenn das Ziel ist Jerusalem wieder aufzubauen dann brauchst du Leute die aufbauen und die müssen in Jerusalem leben und wohnen und Eigeninteresse haben dass hier die Häuser gebaut werden Nehemi legt auch Wert auf saubere Dokumentation also an den ganz vielen Listen die wir da haben und auch wie die Einwanderungsfeier so akribisch dokumentiert ist sehen wir dass Nehemi wichtig ist die Dinge sauber zu dokumentieren in Apokryphrin im zweiten Makabäer finden wir auch eine Stelle dass Nehemi beschrieben wird dass einer der Bücher gesammelt hat also er war jemand der auch Quellen und Schriftdokumente aller Art gesammelt hat eine eigene Bibliothek eingerichtet hat also er war sehr akribisch drauf bedacht Informationen zu sammeln alles zu dokumentieren sieht man auch in seiner Privatbibliothek gemäß Aussage von zweiten Makabäer steht das bei der Einwanderungsfeier merkt man dass er auch weiß angemessen und würdig zu feiern also nach diesen 52 Tagen Schufterei zum Wiederaufbau der Stadtmauer war auch mal wirklich Zeit ausgelassen ausgiebig und auch in einer würdigen angemessen Weise dieses Ereignis zu feiern das jetzt hier bei Grundstein gelegt ist für den Wiederaufbau Jerusalems in dem die Stadtmauer die Sicherheit nach außen gegeben ist durch die Stadtmauer dadurch das war ein Grund zu feiern wenn mal so etwas erreicht ist und Zwischenetappe erreicht ist darf man auch mal feiern und der Nehemiah wusste das auch wie man feiert und hat eine tolle Feier organisiert er setzt Aufsehen über die Verwaltung der Abgaben ein auch hier wieder Ordnung machen und die Fremden werden aus dem Volk ausgeschlossen auch hier wieder Umsetzung von biblischen Ordnungen ja also er macht das und eine letzte Seite noch in diesem Schlusskapitel Nehemiah 13 haben wir Nehemiahs Reformen in seiner zweiten Regierungszeit da werden uns vier Bereiche gezeigt wo er Reformen durchführt und eine davon ist die Sache mit dem Lager was und viele Jahre falsch genutzt wurde schon vorher hatte der Priester Eliashib der für die Räumlichkeiten am Haus unseres Gottes verantwortlich war seinen Verwandten Tobiah Tobiah ist einer dieser Feinde Israel seinen Verwandten Tobiah einen großen Raum im Tempel zur Verfügung gestellt also Missbrauch von Gottes Eigentum sozusagen für diesen fremden Tobiah damit er ein Lager einrichtet ja und das wird eigentlich gebraucht dieser Raum für die Aufbewahrung von Opfermehl und Weihrauch und Zehnten und Tempelgeräte Getreide Musstern Öl was einfach für den Tempeldienst erforderlich ist das gehört da rein in diesen Raum aber der hat den Raum verpachtet an den Tobiah und warum aufgrund von verwandtschaftlichen Beziehungen und das war ein mächtiger Mann also Eliaship war ein Priester und er war in der verantwortlichen Position er war zuständig für die Räumlichkeiten am Haus Gottes und jetzt sieht Nehemiah dass dieser Priester sein Amt missbraucht und den Raum Zweck entfremdet dem ein Feind sogar zur Verfügung stellt und das geht gar nicht also Nehemiah hat einen langen Atem merkt man daran dass er nach zwölf Jahren Dienst zwar zurückkehrt nach Susa an den Hof der Perser aber weiß das Werk ist noch nicht fertig ich muss nochmal hin brauche noch eine zweite Amtszeit und lässt sich die dann auch geben und kommt dann nochmal wissen nicht genau wie lang ob es wieder zwölf Jahre waren auf jeden Fall er kam zu einer zweiten Amtszeit zurück also hat über wirklich mehr als ein Jahrzehnt hier investiert in den Aufbau Jerusalem er hat einen langen Atem und 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 er Missstände erkennt egal ob die Sache mit diesem Raum hier der zweck entfremdet wurde oder dass die Leute am Sabbat arbeiten statt zu ruhen oder die Mischehen auf die er dann später steht egal welche Missstände erkennt das was Nehemiah auszeichnet ist dass er den Missstand den er erkennt sofort angeht und nicht einfach laufen lässt nicht irgendwie aussitzt oder abwartet sondern wenn ein Missstand erkannt wird geht er sofort volle Kanne volle Power rein um diesen Missstand abzustellen und hat auch den Mut heilige Kühe zu schlachten eine heilige Kuh war dieser Raum den der Tobias praktisch gepachtet hat aus dem Tempel das ist von vielen Jahren so und auf höchster Ebene Tobias war auch ein Anführer und der Priester war auch ein Anführer für die Räumlichkeit zuständig also haben sich zwei obere geklüngelt und diesen Raum zweck entfremdet und das war über Jahre so und als Nehemiah das erfährt er geht sofort an und sagt diese heilige Kuh die muss geschlachtet werden das muss korrigiert werden das kann nicht so bleiben und das macht er dann auch er wird auch einmal emotional und handgreiflich der war so erbost dass er sogar Leute schlägt und züchtigt und aufs Tal erregt ist das zeigt er als Mensch und auch Jesus war emotional und handgreiflich zum Beispiel bei der Reinigung des Tempels hat er auch Hand angelegt und die Tische umgestoßen ja manchmal muss man auch diese Seite zeigen dass man wirklich emotional total schüttert ist über das was da an schrecklichen Dingen zu sehen ist und dass man auch handgreiflich wird er argumentiert immer mit der Bibel das merken wir immer wenn er dann so Themen hat dass er eben mit dem Gesetz Gottes argumentiert auch einen Zug von ihm das heißt erkennt die Bibel und das ist immer sein Argumentationsstrang also wenn das Wort Gottes so und so sagt dann sagt es das Wort Gottes sagt so und so dafür ist es da deswegen darfst du es nicht zweckentfremden und das Gottes sagt dass der Sabbat ist einzuhalten und das sind die Konsequenzen wenn es nicht einhaltet also bringt die Bibel ins Spiel und dadurch gegen den Missstand angehen das ist die einzige Art und Weise wie das in der Gemeinde zu gehen hat dass wir mit der Bibel argumentieren und sagen weil das Wort Gottes so und so sagt muss das hier abgestellt werden zum Beispiel er hat auch Mut zu harten Personalentscheidungen er feuert da schon auch mal Leute entfernte in Vers 28 am Ende heißt es einer der Söhne von Juliada dem hohen Priester also ein Sohn des hohen Priesters war der Schwiegersohn des Horonidas Sanbarak also wieder diese verwandtschaftliche Verflechtung mit den Feinden mit Ausländern die eigentlich nicht das Wohl Israels im Auge hatten und zwar aus den höchsten Kreisen aus den höchsten Kreisen des Staates oder aus den höchsten Kreisen auf der Geistlichkeit gab es diese Verbindungen zu Feinden des Gottesvolks sehr traurig ja und hier sogar der Sohn des hohen Priesters war der Schwiegersohn des Horonidas Sanbarak das heißt durch eine Mischehe die er auch nicht sein sollte der Sohn des hohen Priesters geht mit schlechtem Beispiel voran und hat eine Mischehe er selber und dadurch mit einem der positionierten Feinde des Volkes Israel und Nehemiah was macht der den entfernte ich aus meiner Umgebung den habe ich praktisch nicht geduldet in meiner Umgebung mit dem wollte ich nichts zu tun haben der konnte kein Mitarbeiter Ratgeber von mir sein den habe ich entfernt der solche Verbindungen hält der selber in der Mischehe lebt das kann ich brauchen und das sind harte Personal Entscheidungen wo natürlich der Vater also der hohe Priester vielleicht bis in die Nase gerümpft hat das ist doch mein Sohn unabhängig vom Ansehen der Person einer der hat sich disqualifiziert durch dieses Verhalten also Mut zu harten Personal Entscheidungen das ist auch nötig für Leiter immer wieder mal wenn es eben nötig ist auch völlig unabhängig vom Ansehen in der Person wenn es in die höchsten Kreise geht harte Personal Entscheidungen zu treffen es muss manchmal einfach sein er eifert für Gott und das merkt man wie er da auch emotional immer hier berührt ist und sagt in den Auseinandersetzungen ob das missbruchliche zweckentfällige Raum ist oder Sabbatheiligung oder so es geht ja um Gott in dieser Sache er eifert um Gott und er erfüllt gewissenhaft seine seine Pflicht ja mein Gott vergiss es diesen Leuten nicht dass sie das Priesteramt entehrt und den Bund gebrochen haben den du mit den Priester und den Witten geschlossen hast also Priester durft natürlich keine ausländischen Frauen heiraten schon gar nicht ja es geht ihm um Gott dass das Priesteramt entehrt wird dass der Bund gebrochen wird ja es es geht ihm nicht um sich ja dass er recht hat oder er seinen Willen kriegt es geht um Gottes Ehre um das Priesteramt um den Bund ja das ist das was ich meine er eifert für Gott die Ehre Gottes ist ihm das große Anlieb und er erfüllt gewissenhaft seine seine Pflicht so habe ich das Volk von allen fremden Einflüssen gereinigt ich stellte Dienstordnung für die Priester und Leviten auf die jedem seine Pflicht zuwiesen ich sorgte auch für die regelmäßige Lieferung des Brennholzes und die Abgabe der ersten Früchte er hat gewissenhaft seine Pflicht erfüllt und dann durfte er am Ende sagen denk an mich mein Gott und lass es mir zugutekommen ja Gott sieht alles was wir tun und das hat auch alles seinen Lohn auch bei Christen es hat seinen Lohn wir sollen so laufen unseren Weg mit Gott dass wir den vollen Lohn empfangen das heißt wir sollen auch gewissenhaft unsere Pflicht erfüllen also Nehemiah ist ein herausragendes Beispiel für einen geistlichen Leiter der fähig ist kompetent ist und die riesigen Herausforderungen die mit Leiderschaft verbunden sind über einen langen Zeitraum hinaus wirklich wunderbar gemeistert hat mit Gottes Hilfe und wir können so viel lernen und ich kann also nur empfehlen dringend Nehemiah zu studieren wenn du irgendwo Leiter bist oder Verantwortung hast und einfach unter diesem Gesichtspunkt zu studieren was lerne ich von Nehemiah als geistlichen Leiter was kann ich wieder abschauen welche Scheibe kann ich wieder abschneiden an diesen vielen positiven Aspekten die Nehemiah als Führungspersönlichkeit zeigt abschließend Verfasserschaft es war ein Buch Esser Nehemiah die jüdische Tradition sagt es gibt zwei leicht widersprechende Tradition die einen sagen Esser hätte es alles geschrieben die andere Tradition sagt Esser hat es geschrieben und Nehemiah hat es vollendet ja offenbar sind hier Aufzeichnungen von Esser und Nehemiah eingeflossen und es gibt auch heute noch Wissenschaftler also Theologen die wissenschaftlich arbeiten und die davon überzeugt sind aus guten Gründen überzeugt sind dass Esser und Nehemiah für dieses Buch insgesamt verantwortlich sind und dass es am Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus geschrieben worden ist vielleicht so 530 irgendwo in der nicht nicht 530 430 so in der Gegend bis kurz nach 430 vielleicht 424 vor Christus also noch am ausgehenden 5. Jahrhundert vor Christus und dass danach nur noch das Buch Malachi kommt paar 10 Jahre später oder so 20 Jahre später ja also das ist und das ist auch sehr sinnvoll hier diese Hauptpersonen Hauptfiguren diese Bücher mit auch vieles in der Ich-Person beschrieben ich dass wir hier sehen das sind solide zuverlässige Angaben und Informationen die wir in diesem Buch haben die wirklich auf Esser und Nehemiah die das erlebt haben diese zweite Generation erlebt haben und die erste Generation sehr gut recherchiert hatten die haben das uns überliefert ja das